Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stimmt der Ton? Bin ich drauf? Sind wir schon auf Sendung? Wie peinlich! Ja, Mensch, das ist doch schön, dass schon zwei Leute da sind. Das passt. Ja, ich hoffe, der Sound von Batman kommt auch gut im Hintergrund, auch weil das Spiel natürlich gewissermaßen schlecht optimiert wurde. Wird es wahrscheinlich noch nie wieder Patches geben, aber es ist wieder Batman-Zeit da. Ja, weil wir sind ja noch dabei, durch den Schnee zu starten und Batman auf dem City retten zu lassen. So rum war es. Die Besten sind da, ja, ist richtig. Ja, zu nur, dass es eine private Session ist, ist ja nicht schlimm. Wie ihr seht, ich habe da eine Chatbox, weil es ist immer doof, wenn wir halt reden und keiner weiß, worum es überhaupt ging nachher, ne? BOD. Deswegen immer ganz praktisch, wenn da, hier, kille, 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 die Chatbox ist. Ja, was haben wir heute vor? Ja, gute Frage. Ist jetzt gut eine Woche her, wo wir das letzte Mal Batman gezockt haben? Ja, die sind alle bei Cyberpunk, richtig. Ähm, ich denke mal, Cyberpunk werden wir auch nochmal machen, allerdings, wenn so ein bisschen der Hype vorbei ist und das Spiel so ein bisschen so gefixt ist, dass es nicht ganz so peinlich aussieht. Also, die PC-Version geht tatsächlich, sieht auch wunderhübsch aus, aber die Bugs sind einfach grauenvoll. Da kann ich über die Framerate-Einbrüche in Batman nur lachen, die ab und zu mal vorkommen. Ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber ich hab, ich zocke ja schon eine Weile jetzt, ich hab ja jetzt schon bei Cyberpunk, jetzt ist das eigentlich so aus dem Batman-Game, ne? Ähm, in Cyberpunk gut, was denn, 26 Stunden runter? Bin, glaube ich, in der Hauptgeschichte noch nicht mal zu einem Drittel durch, also zumindest in einem gesamtstorytechnischen Rahmen gesehen. Ich hab den ersten Akt durch, bin jetzt im zweiten Akt mittendrin. Ja. Die Spielmucke ein bisschen leiser. Aber das kriegen wir hin. So. Und die gar nicht, also der, wenn ich hier so den Ausschlag sehe, ist der Ausschlag eigentlich sehr gut. Äh, ja, ja, Yakuza ist, ist ja immer mit so reichlich Content, ne? Auch ganz viele Nebenaufgaben gefüllt, soweit ich weiß. Deswegen, ähm, ja, ist aber technisch nicht so meins, glaube ich. Also ich kenne ja die, 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 die Reviews dazu und auch die, die, es gibt, hab ja von den Vorgängerteilen, beziehungsweise von den Hauptreihen, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Ähm, so ein paar Teile und die gab's ja da jetzt als Remaster oder so, ne? Für PS4 und so. Und für PC gab's, glaube ich, auch. Und, ähm, einige Teile sind, glaube ich, auch im, äh, Xbox Game Pass mit drin. Für, für, zumindest für Konsole, das weiß ich. Ja, ja, schwierig. Könntest du gar nicht sagen. Null bis sechs, genau. Und null ist ja eigentlich die Vorgeschichte, richtig? So, ich starte trotzdem mal nebenbei schon mal Batman. Ich, ich switch schon mal um. Uh. Ja. Da ist der Chat, damit du auch wisst, worum es ging. So. Ich hab extra mal angesetzt, hab die Chatbox gemacht. Ja. Ja, okay, siehst du, ja, Zero ist sozusagen der, der, der Nullte. Und, äh, der spielt sozusagen vor den Ereignissen der, der anderen. I know that. Übrigens weiß ich überhaupt nicht, wo wir zuletzt waren. Ich weiß gar nicht, was zuletzt anstand. Irgendwas mit Joker und, äh, irgendein Stahlwerk soll ich untersuchen. So, erst mal zum Einstieg. Willkommen hier in diesem wundervollen Wonderland, Winterwonderland, Moment. Damit ihr das mal richtig sehen könnt. Hören könnt ihr mich ja trotzdem noch. Ja. Also, ich möchte noch mal betonen. Abgesehen jetzt, wir können gleich weiter über, über Yakuza, wobei ich da nicht so wirklich viel Ahnung von hab. Ich hab's leider noch nicht gespielt. Beziehungsweise hat's mich bisher nicht so erwischt. Vom, vom, vom Storytelling her nicht so, von dem, was ich gesehen hab. Aber ich kenne Leute, die socken das. Ich möchte nur mal an den Peter erinnern, der bei uns ja mitschreibt. Äh, ja, willkommen hier in dem wundervollen Winterwonderland. Letztens wurde ich übrigens von Ayo gefragt, wie, 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 im Schnee hinterlässt der Spuren. Ja, der hinterlässt Spuren im Schnee. Pass mal auf. So, ja, das machen wir jetzt mal. Ich werd mich gleich wieder einblenden. Da, 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 bürscheln, Spuren im Schnee. Spuren im Schnee. Und das ist dieses, was ich letztens mal nachgelesen hab, diese, diese coole Engine, die sie da irgendwie gemacht haben für den Schnee. Diese Partikelgeschichte. Leider hat das zur Folge, dass, äh, das Physix, Phys, Physix von NVIDIA teilweise ein bisschen schlecht optimiert ist bei dem Spiel. Deswegen rukelt's manchmal ein bisschen. Ich hab's trotzdem angelassen, ja, nicht wundern. Ähm, was mir auch jetzt gerade so auffällt, wenn ich mit Kopfhörern zocke, der Ton hakt manchmal ein wenig. Aber das liegt nicht am PC, das liegt tatsächlich am Spiel. Es ist aber auf der Xbox genauso. Ähm, dann machen wir's mal wieder so. Ja, kannst du mal sehen. Aber hier schneit's zumindest. Ja, bei mir im, im, im Startscreen hat's ja auch geschneit. Na, hab ja extra Schnee eingefügt. Weil wir's, weil wir's können. So. Ich soll das Stahlwerk untersuchen. Da sind wir letztens schon hin. Na? Irgendwie, ich glaube... Beziehungsweise... Ja, genau. Ich bin schon richtig. Und, äh, gucken wir mal, wie's weitergeht. An das Spiel wieder etwas lauter machen. Also manchmal, ne? Ja, im Spiel passiert jetzt nicht so viel, ne? So, besser. Okay. Alle Lichterketten, ja? Alle Lichterketten. Ja, guck mal, hier blinkt's ja auch ganz aufgeregt. Bei mir noch krasser, als wahrscheinlich im Stream zu sehen. Aber da blinkt's. Ja, muss man ja mal gesehen haben. Guck mal, stimmt, die haben ja auch Ausgangssperre. Joa, Weihnachtsstimmung haben wir schon. Im Sinne von, äh, unser Weihnachtsbaum steht schon, tatsächlich. Wir haben uns ja, äh... Man mag uns sicherlich dafür verteufeln. So. Wir haben den online bestellt. Also, die Sache läuft so. Ihr stellt euch schön ordentlich in eine Reihe. Dann winken euch meine Jungs einer nach dem anderen rein. Seht euch ruhig um. Macht euch mit der Ware vertraut. Und dann nehmt, was ihr wollt. Aber macht schnell. Wir haben ne Menge Waffen, aber nur wenig Zeit. Wusste ich's doch, dass Koppelport voll in Ordnung ist. Das beweist es. Das Verzeihung ist nicht gefallen. Wenn Bert mir das rausfindet, kriegen wir echte Probleme. Seht euch die ganzen Knarren an. Es wird nicht leicht, dich zu entscheiden. Hi. Ich bin hier, um die Party zu sprengen. Wusste mich so viel, du bist. Bleib zusammen. Ich werde dem in dir Zeit lassen. Ich werde dem in die Mitte durch. Ah, der ist gemein. Wir schreiten bleiben. Er ist nur ein Typ. Hey, da schraub ich mehr an. Später. Jetzt habe ich dich. Flederfass ist durch. Würde ich nicht sagen. Ich bin noch voll dabei. Horsamer. Jetzt warst du den Salat. Ich werde mir mit dir Zeit lassen. Ich steck jetzt Schwierigkeiten. Helfen wir ihnen. Er ist ein kleiner Weg. Ich schlag dir die Zeit. Okay, das war's, glaube ich. Freitman schmeißt die Weihnachtsfeier, ja. Wir fahren ja, wir haben auch viel Deko. Also, was heißt viel? Wir haben ein bisschen Lichtdeko am Fenster, ein bisschen, weil wir ja einen Balkon haben, ein bisschen Balkondeko. Zu Weihnachten. Also, aber alles ganz entspannt. Und so ein bisschen, also ich habe, leider muss ich zu meinem Leidwesen gestehen, ich habe noch gar keinen großen Weihnachtsfilm geguckt. Weder ein Stirb langsam, noch ein... Die Geister, die ich rief, das muss ich alles noch an Weihnachten nachholen. Die Zeit hatte ich bisher noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen weihnachtsstimmungsmäßig was. Aber es wird, es wird. Oh, da ist das Fenster kaputt. Ja, also man, man kommt tatsächlich so ein bisschen Weihnachtsstimme, kommt man schon. Ich würde jetzt, ich bin ja auch kein Weihnachtsverteufler, um Gottes Willen, ich mag Weihnachten. Ähm, deswegen habe ich auch nichts gegen Deko, gar nicht. Daher passt das halt schon. Ja, aktive Belüftung. Ich gucke gerade hier, irgendwo muss ja... Hm. Oh. Ja, ist ein besonderes, ja. Also dahingehend muss ich zustimmen, wobei wir halt... Also was heißt jetzt, so dicke Verwandte... Naja, also so selten besucht, weil ja meistens arbeiten ist. Zumindest um Weihnachten rum. Ähm... Da muss ich hin. Vollkommen sonst da reingestiefelt. Ähm... Aber so prinzipiell, ja. Also wenn du halt, ich sag jetzt mal, die Möglichkeit hast, ein größeres Verwandtschaftsverhältnis zu pflegen an Weihnachten... Dann ist natürlich die Situation, wie sie jetzt ist, ziemlich beschissen, ja. 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 Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube ich auch nicht. Ach, geht mir genauso. Aber... Glaubst du, wir können dem neuen vertrauen? Einen Typ, der sich joke anhält? Nein, nein. Aber anlegen will man sich mit dem aufnehmen. Ich glaube immer dieselbe Geschichte. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin ein bisschen zu verabschieden. Ich bin ein bisschen zu verabschieden. Ah, Unterstützung. Ja, wobei ich glaube nicht, dass in den Impfzentren jetzt so viel los sein wird, weil das wird doch, wenn geimpft wird, eh alles gestaffelt passieren, oder? Also, so ist das, was ich mir so vorstelle darunter. Also, kannst mich gerne korrigieren in der Richtung. So stelle ich mir das vor, dass das so passieren wird. Ja, dachte ich mir schon. Das ist auch nicht absehbar, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist so, dass die Fantasie, die ich so habe, dass das nicht so krass wird, wie viele immer denken. Zumindest am Anfang. Später, glaube ich, dann, wenn alle geimpft werden wollen oder so. Aber es wird plötzlich kommen. Spätestens, wenn dann die Entscheidung da ist, zu sagen, Uh, wir impken jetzt. No? Servus, Paul. Willkommen hier in der... ...im...im...im...im...im Separee. Oh. Oh, das ist ein Fehler? Oh, das war ein Fehler. Da ist er! Er ist hier! Ja, ich war zwischendrin ja immer wieder arbeiten. Äh, Paul zum Beispiel nicht. Der war immer arbeiten. Super. Sind da nicht überhaupt noch welche? Jo, keine mehr. Ich glaube, ich habe sie schon alle, ne? Ne, einer ist noch. Nein. Ich habe das elektromagnetische Signal, der Handschuhe des Elektronikussels herausgefüllt hat. Sie können ihn jetzt mit ihrem Scanner verfolgen. Na, Effekte, also Kurzarbeit habe ich ja, habe ich ja gehabt, aber ich habe halt, ähm, trotzdem gearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, Cook Null hatte. Also ich war auch im Prinzip effektiv nur zwei Wochen zu Hause. Einmal durchgehend. Im März war das ja, wo es dann so plötzlich ging und alles zu und so. Der neue Boss ist ein echt guter Schauspieler. Ich hatte keine Ahnung, das wäre unter dem Wasser. Ich auch nicht. Auch eine 1A-Imitation, was ich? Ich werde es nicht gut sein lassen. Wieso steht er noch? Ich bin noch ein Freak, du. Paul, warst du heute auch ackern? Ah, ich war heute auch. Vier Stunden war ich auf Arbeit heute. Acht bis 17, 30. Ach, du große Wüfte. Ja gut, aber ihr seid nicht in Kurzarbeit, ne? Kurioserweise. Und da kam ich rein, ne? Gleich mal hier durchgehen. Funktioniert es wirklich? Ich glaube, wie das funktioniert. Mich wundert, dass er das nicht macht. Ja, ich habe auch guter Weitergeld. Hä? Ja, ich habe auch guter. Ich muss diesen Computer hacken, um an den Zugangscode für die Tür zu kommen. Ah, okay. Ja, bei Batman ist auch reichlich Weihnachtsdeko. Hier unten zum Beispiel die dicken Scheinchen. Weihnachtsdeko. Nur mal so zur Info. Aber sonst, ja, hier, klar, Weihnachtsbaum. Na, Weihnachten. Hier, könnt ihr nochmal richtig genießen. Moment. Ah, Weihnachten. Jingle Bells, Jingle Bells, ne? Moment, erstmal muss ich ja hier was, äh, da gab es ja irgendwo Kampfverbesserung. Moment. Oh, da sind wir wieder. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss diesen Computer nach den Zugangscodes für die Tür durchsuchen. Batman-Figuren neben dem Baum. Naja. Alfred, ich lade gerade Daten von Blackmask-Servern hoch. Ich brauche Codes für eine Sicherheits-Tür bei der Laderampe. Daten werden übertragen, Sir. Interessant. Sionis hat einen Herzschrittmacher. Hier steht, er leidet am Long-QT-Syndrom. Jede Erhöhung seiner Herzfrequenz könnte zum Herz-Stift stattführen. Sionis hat den Joker beschatten lassen. Auf diesen Fotos sieht man, wie er sich Chemikalien zur Sprengstoffherstellung beschafft. Ja. Ich weiß, was der Joker plant. Ich habe die Sicherheits-Coach gefunden, die Sie suchten. Viel Glück, Sir. Oh, Dankeschön. Ihr habt das ausgedartet. Okay. Ja, kann man machen. Moment, da ist ein Tischchen. Das Geschütz ist noch aktiv. Ich sollte es mit meinem Unterbrecher ausschalten. Ja, besser ist. Hat das jetzt was gebracht oder nicht? Egal. Ja, Gehaltserhöhung wird ausgedartet. Beförderung wird ausgedartet. Gar nicht so eine schlechte Idee. Master Bruce, ich habe in Sionis Daten Hinweise zu einer chemischen Substanz gefunden, die der Ihrer Klebergranate ähnelt. Ich werde versuchen, Sie in unserem Labor herzustellen. Wenn es funktioniert, habe ich schon bald eine Prototypen für Sie. Gut. Den kann ich brauchen. Je mehr ich über den Joker herausfinde, desto klarer wird mir, dass irgendwas an ihm anders ist. Er ist auch der Joker. Da ist immer was anders. Was war das? Ähm, nee. Ja gut, das ist ja hinlänglich bekannt. Ist halt anders, ne? Mal gucken, hier gibt es noch ein Geheimnis. So, guck. Du musst selber Daten für Beförderung und so, sonst ist das ja nicht selbst erarbeitet. Ich muss irgendwie in diesen Raum kommen. Ja, tut mir leid, ich war voll doof. Ich war ja, musste ja frei machen, weil es ja Kurzarbeit und so. Deswegen konnte ich natürlich jetzt nicht anwesend sein. Ja, ist sehr schade. Aber dafür war ich ja bei dir. Ja, das wird der neue Shit. Kannst du ja Björn mal vorschlagen. Und da tun ihr um die Wohnung, da tun ihr um den Job, da tun ihr um Beförderung. Ja. Mmh. Spass mich, hm? Kann der sich so gut Ja, ja Läuft grad nicht so Ich bin doch beim Dart-Turnier Ja, nein Der Verrissbau Lack ihn zusammen Wirk schon ziemlich Lack ihn zu breit Lack ihn zu breit Woah Woah Verdammt Oh, tut mir leid Hab ich deinen Freund getötet? Ups, wie doof Naja, ja, den Verträgen ist so eine Sache, ne? Bei Paul läuft's. Der sagt dann, hier, Gehaltserhöhung. Und dann sagt er, ja, cool. Aber sag mal, Paul, mal so unter uns. Ist denn bei euch jemand bestrebt, überhaupt zu wechseln? Mal zu sagen, ich mache was anderes? Also außer jetzt vielleicht du, aber ich meine es so prinzipiell. Weil wenn ich so die Mitarbeiterinnen bei dir sehe, also deine Kolleginnen und so, die machen jetzt nicht gerade den Eindruck, als wären die auch so mega happy damit. Mit dem Job da. Ich meine, so richtig erpillt ist es ja auch nicht. Muss man ja mal so sagen, ne? Oh, jetzt hakt's. Das Spiel hat echt Zaumprobleme, oder? Ist total lustig. Ich will mal von. Ich bin echt. Oh, komm mal her du. Und, zack. Team-Meeting? Ah, das waren noch Zeiten. Also wir hatten schon seit bestimmt vier Monaten kein Team-Meeting mehr, weil es einfach nicht angeboten hat. Können die sich nicht gegenseitig verprühen? Ja, ja, jetzt. Was jetzt? Komm schon. Das wird echt ne saue Rauch. Es wird mit damit zu den Ellbogen rein. Was? Gehst du mich für den Schluss auf? Ja, komm, komm, komm. Und, zack. Ah, ja, gut, ist klar. Manchmal spürst du dann tatsächlich mal ein Mal nach oben, mit was man nicht zufrieden ist, ne? Kennt man ja. Aber ist normal. Aber soweit ich weiß, ist es ja bei euch so. Wird ja nicht gehört. Meeting. Echt, Heito, gibt es bei euch gar kein Meeting? Also ich kann mir schon vorstellen, das ist eigentlich auch so. Aber bei euch gibt es bestimmt nur Memos oder sowas? Info-Memos? Ich muss irgendwie durch diese Wand. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wie wir durch die Wand kommen. Oh, und? So wird es gut. Ach, das ist diese irre Trüller. Ja, dann ist es ein Telefon-Meeting. Oh, ich mach mal kurz so. Ja, wir probieren mal kurz was. Was ist mit den Soundproblemen? Das geht mir ein bisschen auf den Zünder. Hört ihr das auch? Also manchmal hakt der Sound. Vielleicht kriegt das noch irgendwie gebacken hier mit dem Neustart. So. Ne, so eine Neustart wollte ich eigentlich nicht. Ja, Sir. Ja, Sir. Mach mal so kurz. Mit Telefon, ja, mit Telefon kenne ich mich leider aus. Ist richtig. Moment, ich mach es mal ein bisschen angenehmer. Das ist ein bisschen schön. Ich starte gleich nochmal neu. So lange können wir ein bisschen quatschen. Ja, Telefonkonferenzen sind schon eine super Sache. Ja, kann man mal machen. Meetings sind eine tolle, eine tolle Sache. So Meetings. Oh, ich liebe. Nein, tue ich nicht. Äh, ja, es ist ja tatsächlich so, dass, äh, viele Sachen ja nur noch am Telefon besprochen werden. Und ich bin im Moment auch so einer, der viel über Telefon machen muss. Und, äh, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil du, wie soll ich sagen, weil du irgendwie das, das Problem hast, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, hm, 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 hm. Weil du ja immer das Problem hast, dass du, ähm, ja, mit den Leuten keinen direkten Augenkontakt hast und dadurch lässt sich natürlich immer schwer was besprechen. Es ist immer schön, wenn man eine richtige Übergabe machen kann mit, mit seinen Kollegen und Vorgesetzten und Untergebenen und wie auch immer. Das gestaltet sich im Moment als ein bisschen schwierig, weil wir ja auch jetzt wieder mehr oder weniger unterschiedlich agieren und auf der Arbeit sind. Das ist ja nicht wie bei Paul, dass dann auch mal die Leute da sind und, naja. Aber Einzelgespräche klingen gut, Paul. Hattest du auch ein Einzelgespräch oder hast du es lieber gelassen? Ja, das haben wir im Moment mit unserer, äh, mit unserer, ähm, Zirksleitung haben wir viele Telefonkonferenzen in Bezug auf, äh, wie soll ich das sagen, auf Informationen und so weiter. Aber ist halt nicht so geil. Da kommt auch nie was bei rum, leider. Muss man ja leider sagen. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig, auch mal so direkt zu sagen. Hier, komm. Ah. Ja, ist ja zumindest gut. Gut. Also gut für euch, oder? Würde ich mal sagen. Na denn. Ich denke mal, es ging um allgemeine Unzufriedenheit. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ist ja ganz oft so. Manchmal ist man einfach unzufrieden mit der Situation. Ja, kennt man. NVIDIA Emotional. Klingt ja semi-positiv. Shit, jetzt müsst ihr es nochmal machen. Jaffa, ich will ihn tot sehen. Tote als tot. Wenn er an uns vorbeikommt und irgendwer von euch noch lebt, werdet ihr euch wünschen, auch toter als tot zu sein. Ach Mist. Der hat mich doch noch erwischt. Kein Schägel hinter mir zu Hause, lieber Kampi. Ach. 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 Ah, naja. Schimpfwörter, ne? So, jetzt aber. Ja, gut. Ja, gut. Gut ist schlecht. So, hat er das jetzt... Hat er wahrscheinlich nicht gespeichert. Deswegen hat er wahrscheinlich... Okay. Ja, gut. Ja, gut. Ja, kann ich verstehen. Mensch, sind wir ja bei Batman. Lass mich jetzt mal selber hier gucken. Wer war das? Ja. 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 Man muss sie ja mal still sein. Ja. Alles klar. Hi Panda auf geht bei. Tschüuuu. danke ich spiel nun nicht ist das dickste game welchen schalten wir aus also ich glaube jetzt letzte mal sich reingeguckt habe waren es auf dem spiel 48 zuschauer die alleine nur dieses spiel zugeguckt haben also das ist jetzt nicht der knallertitel im stream aber ich habe einfach bock drauf darum geht es ja schließlich außerdem muss ich ja beweisen wie in broncas stream letztens dass ich ja keine skills ab habe ich vorhin wieder eindrucksvollen der beweis gestürzt so er hat den störsehner ist ja der null null skill man oder so wie man das römer nennen möchte ich eine chance um da kommen können wir kommen jetzt ich bin aber so süß wie sie immer hinlaufen und panisch versuchen auszukriegen was passiert ist wo ist denn der typ mit dem störsehner da unten die man weg kob soldier ja die 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 Man, du siehst aus wie der Ex von meiner Ex. Ja, es ist der Ex von seiner Ex. So, bei denen gehen die Waffen jetzt nicht mehr. So, bei denen gehen die Waffen jetzt nicht mehr. Wooh, wooh! Wooh! Na, kommt schon! Ja, das geht aber leider nur begrenzt, weil sobald da einer hängt, kannst du keinen mehr aufknüpfen. Das ist manchmal ein bisschen schade. Mann am Boden! Mann am Boden! Mann am Boden! Hä? Ich sollte einen Foto haben, nutzloser Strossel! Wir dürfen niemanden mehr verlieren! Verteilt euch! Na, dann verteilt euch mal schön. Ja, na das, eigentlich sieht das ganz cool aus. jetzt mal gucken von wo kam ich überhaupt des sionis hallo moment für martha macht groß nur für martha muss ich den spack los bin ja mir geht es ganz gut also leicht leicht angeschlagen gesundheitlich also ein bisschen erkältet so schniefnase und so ein corona heutzutage muss man sich ja schon für eine erkältung rechtfertigen unter umständen deswegen sage ich lieber gleich ein kein corona hol mich hier raus wo ist der joker fahrt zur helle falsche antwort nach meiner rechnung kann ich dir noch neun rippen brechen glaubst du das bringt mich zum reden nach allem was er mir angetan hat die folter meine leute gegen mich aufgebracht mich bestohlen meine freundin ermordet er gehört mir nicht dir ich kann deinen herzschrittmacher fernsteuern willst du wissen wie sich 250 schläge pro minute anfühlen ich weiß bescheid über den joker ihr zwei freaks ihr verdient einander was hast du mit mir gemacht äh betäubt seht ihr das wie die physik nicht ganz hinterher kommt das ist ein bisschen geil ich muss den raum nach copperheads gift scannen wir scannen frauenschweiß je copperheads kam hier vorbei ja das war ja klar ich brauche nur einen einzigen tropfen gift das ist übrigens auch ein feature was es in cyberpunk gibt hier das finde ich mega gut hier ist was ja wo denn wo denn Und wo denn? Wo denn? Da oben! So, es ist ein starkes Nervengift. Okay, er ist hochgeladen. Gute schnelle Internetverbindung. Die Analyse eines Nervengifts hoch. Du musst ein Gegengift herstellen. Ihre Lebenszeichen schlagen wild aus. Was ist passiert? Schon gut. Kommen Sie nur wieder an die Oberfläche, damit ich das Mittel abwerfen kann. Und dann kommen Sie hierher, damit ich Sie untersuchen kann. Ah, Mutti Alfred. Immer besorgt. Aber ich glaube, die will mich ja kalt machen. Bin ich eigentlich noch irgendwo hinten? Ja, das mit dem Herzschrittmacher ist heftig in dem Sinne, weil er ist ja ein Mafioso. Das hast du ja nicht vergessen. Batman droht ja meistens nur. Ich muss zurück an die Oberfläche. Ja. Ah. Dazu müssen wir aber erstmal da hinkommen. Ich frage mich sowieso, wo der immer dann die Kraft hernimmt. Der ist schon ziemlich am Ende. Also in den anderen Spielen ja auch immer wieder. Aber er schafft es trotzdem immer wieder, seine Gegner zu besiegen. Was würde Ihr Vater sagen, wenn er Sie jetzt sehen könnte? Wie Sie das Vermögen der Familie für Ihre nächtlichen Eskabanen verspenden? Und wozu? Sie sind nicht der Erlöser dieser Stadt. Sie sind ein Wayne. Und zwar ein verböhnter, erspenderischer und enttäuschender Wayne. Haben Sie vergessen, wofür der Name Ihrer Familie steht? Sie enttäuschen mich. Sie enttäuschen mich. Tut mir leid, Alfred. Bitte, hilf mir doch! Du hättest mich retten können. Wärst du nur vorher gekommen. Wo warst du? Du bist kein Held. Ein echter Held hätte mich gerettet. Wahrscheinlich, ja. Komm schon. Ich muss ja nachher die Truller noch fertig machen. Die ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, der kommt auch noch mal zu sich hier unten. Genau, dachte ich mir schon. Hey, das ist Batman. Der darf bunkel und depressiv sein. Das ist doch der Emo per excellence manchmal. Der darf das. Ja, willst du noch mal sehen, das Lächeln? Ja, warte, hier. Ja, die hat ein schönes Lächeln, ne? Die kann man daten. Oh Gott, warum hast du mich nicht gerettet? Guck mal hier. Hier hat er wieder Krach plötzlich, ne? Das ist total lustig. Also, ich verstehe den Sinn. Ja, da will man gern mal ran. Vielleicht hat der Mund doch bloß sehr viel Frau. Wer weiß das? Die ist komisch. Ja, ruziniert. Der ist nicht gut. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Die Kraft, deine Fähigkeiten bedeuten gar nichts. Nichts? Nichts? Brauchst du deinen Gap zu sein? Na Hör. 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 Meine Gap zu dein Gap. Verstöhnung. Danach bin ich mit deinem Gefühl. Alter. Ja. 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 Die ist ein bisschen anstrengender als die anderen. Durch ihren komischen Kram hier. Weil sie ja Halluzinationen erschafft. Also sie hat ein bisschen was von, äh... Hier, der Vogelscheuche. Scheiße, ich hab den Namen vergessen. Ja, ich hab den Schatz. Ja. Ja. Das muss weiter. Ja. Es reicht mir nicht. Jetzt grünzt sie. Geh. Uff. Ja. Ja. Ja, genau. Danke. Ja, fast vergessen, ne? Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, die ist echt anstrengend. Mit ihrem scheiß Messer und so. Ja, bis im Psycho. Du bist erledigt. Ich muss nur meinen Lohn abholen. Äh, ich komm wieder. Äh, die ist nicht einfach. Ach, zu handhaben. Ich kriegste Fingerkräpfe mit der Zeit. So. Aber wir wissen ja, also... Das Schlimme ist, er kann ja auch nicht rennen, in dem Fall. Ichине nicht auf. Wir wissen nicht. Wir haben die Zeit in Ordnung. Wir sollten nur einen Kangen ansteigen. Dann immer gleich so viele von denen. Nicht so schnell! Der Koffer kann ohne das Hirn nicht überlegen. Dann kommt die Hose, dann. Ah, wie er... Ah! Ja! Können Sie so etwas verdammten? Sie wirken! Setz ein! Hm? Was macht ihr da, Bagman? Na, mich wehren! Ich will auch nicht die Hose. Jetzt lachen! Na ja, komm! Wo bin ich denn jetzt eigentlich hingeglitscht? Das ist ein Schiff! Ja, ich muss jetzt... Ja! Ja! Ah! Ah! Mein Geht braucht noch etwas Zeit! Ah! 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 Das ist ein kleinchen montón! Ah! Es Animals! Ah! 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 Ich bin hier so hochwertig. Genug der König aufhört! äh, Copperhead heißt die ein bisschen anstrengend oh, oh, oh anti-gift, anti-gen anti-gel das war als Anekdote, also im ersten Durchgang als ich das Spiel das erste Mal überhaupt gekauft hatte und dann damit gespielt habe, so, ne hier mit Copperheads, die war schon anstrengend weil du erst überhaupt nicht gecheckt hast, was du machen sollst aber mittlerweile läuft's äh, naja, einmal gestorben aber es ist schon eine Weile her zu meiner Verteidigung ah, Copperhead ja, die kommt die ist auch eine Comicfigur das Schöne ist dadurch, dass Warner das Spiel selbst gemacht hat ist es halt so, dass die auch alles zugreifen können, was im Batman-Universum überhaupt so passiert ich glaube nicht, dass das sehr klug ist, nach allem, was Sie eben durchgemacht haben Sie benötigen medizinische Fürsorge nicht jetzt Everett nicht jetzt Everett die Handschuhe des Electrocutioner so, auch nochmal hier für euch, ne, die jetzt noch drin sind, falls noch keiner drin ist der Discord ist natürlich allen offen äh, dürft ihr natürlich gerne gerne, oh, falsch gerne hin, wenn ihr möchtet ich bin jetzt gerade nicht drin, aber bloß, dass ihr da bescheid wisst so, mal gucken hier, was können wir denn jetzt noch machen hier ist das kritischer Konter? noch was? Verbesserung für bla bla du wirst da rauskommen und dann bin ich tot gut ja, ja, später später machen wir Karacho ich kann's nicht in meiner Villa besuchen na, können wir ein bisschen Karacho machen äh, und hier war ich ja, ja, genau so hm hm Bewegung, Bewegung ständig Action hier du machst einen dicken Fehler ansonsten bin ich natürlich auch noch für eine Spieländerung nötig wenn ihr es schafft, äh, noch ein paar Leute zusammen zu kriegen dann wäre ich auch für äh ja, weiß ich nicht eine runde Ahmung Arzt zu haben oder sowas so der will an die Waffen der will an die Waffen so als spontane Community-Aktion oder so ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe äh, ja äh, nee also gibt's sogar für die Switch ist auch Cosplay ähm, 4 Euro geschlossen im Xbox Game Pass ist es umsonst aber ich hab's für Switch und für PC bin also für jede Shunter bereit so ich empfange kein Signal vom Electrocutioner ich muss weiter nach oben der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen wo kam der her? oh, den hab ich übersehen oh, den hab ich übersehen äh, sie will nicht reden dann leider keine Zeichensprache äh, ja, 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 Die sind aber gemein zu mir. Ich auch. Das ist aber schön für dich, dass der mal Boxer war. Ja, ist ja auch in Ordnung. Das ist ja nur ein Vorschlag, also ich werde... Bei mir ist ja nichts festgenagelt. Ab und zu bin ich auch flexibel, tatsächlich. Redman soll ja nur ein bisschen Weihnachten vermitteln hier. Einfach, weil es Weihnachtsstimmung hat. Wer will, wenn du in der Kälte stirbst, dürfte eine Menge Schmerzen geben heute Nacht. Dieses kleine Herdung. Ist ja nicht doch der da. Na, super. Ich bin überrascht, wenn es nicht funktioniert. Na gut. Und hopp. Okay, ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Niemand wird gezwungen. Hm? Genau. Hm? Ja, ja, ja. Der schwarze... Was weiß ich? Frecher? Rot? Ja, eigentlich ja nur ein Prügler. Er bringt die ja nicht um. Er verprügelt sie ja nur. Nasenbrüche. Knieschäden. Das ist das, was Batman so macht. Ja, hat er. Aber ist der Schnee nicht schön? Also selbst jetzt, das Spiel ist von 2013 und ich finde den Schnee heute noch schön. Also gibt es überhaupt ein Spiel, wo Schnee überhaupt eine Rolle spielt, so in 3D und in hübsch und so mit Glitzy Glitzy, so wie hier. Dann hast du hier, wo die Autos, wo die Autos mal lang gefahren sind, so ein bisschen Schimmer, kann ich den mal so machen. Der Schnee ist schön, außer dass das Spiel natürlich ein paar Probleme hat. Also man merkt es ja, der Sound hakt ab und zu. Das ist auf der Xbox 360 Version leider auch so, wobei da ist eher dann hin und wieder mal ein Absturz beim Spiel. Also das wurde leider nie gepatcht. Das ist sehr, sehr schade. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Berichte über eine Tumult in Ihrer Nähe erhalten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Oh, das ist aber nett. Ja, warte. Moment, ich... Für dich mach ich das mal. Moment. So, wir haben jetzt hier den Batman, ja. Der macht so. Und... Moment. Jetzt, jetzt lässt er fallen. Jetzt lässt er fallen. Jetzt lässt er fallen. Er ist ja eh schon auf dem Rohr. Ist doch ein Rohr, oder? Ja. Ja, jetzt bustet er. Ja, der muss mal dringend. Ja, ne, sonst kriegt er ja Verstopfung. Ja, das will ja keiner. Ähm, bei Heavy Rain war Schnee. War, gab es bei Heavy Rain Schnee? Ich weiß gar nicht. War da nicht vorrangig Regen? Kann ich gar nicht genug sagen. Ich habe es da. Ich könnte gucken, aber... Ich habe es ja für den PC nochmal. Aber, ne. Achso, was ist denn übrigens... Hat jemand eine Info, was im Epic Games Store gerade das geheime Spiel ist? Das müsste jetzt enthüllt worden sein. Äh, sollen wir mal checken? Ich check das mal kurz. Ich bin so frei. Was ist das geheime Spiel? Das... Also es geht um das geheime Gratisspiel. Moment. Das erforsche ich jetzt mit euch zusammen. Uh, New and Tasty Oddworld ist drin. Ne, hier. Äh, Moment. Wutz. New and Tasty. Also wenn ihr noch nicht habt, gönnt euch das. Das Spiel ist gut. Und ist im Moment im Epic Games Store umsonst. Heute. Also nur heute. Glaube ich. Oder jeden Tag wird eins freigeschaltet, ist 24 Stunden online. Irgendwie so war das. Warte, hier. Äh, nee. Uh, ich kann ja vom Dach kacken lassen. So hier. Moment. Ist er denn jetzt? Da ist er. Komm noch ein bisschen vor. So. Und dann drehen wir uns um. So. So. So, warte. Extra für dich, Mad. Ich hab alles gegeben. Jetzt, jetzt wird's. Genau. Schön abseilen. Ja, ja. Das ist Batman. So. So läuft das hier in Gotham City. Deswegen ist die Stadt auch nicht ganz so sauber. Da darf jeder mal auf die Straße ableichen. So. Kann ich denn? Kann ich denn? Ah, da. Oh, der nervt ja. 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 Das ist Batman. Batman. Das ist Batman. Das ist Batman. Okay. Ja, das ist ja schön, das ist, also, ich finde es ja gut, dass es deine Stadt ist, aber eigentlich ist es meine Stadt. Ich darf hier von den Döchern packen. Genau. So, jetzt aber. Der rutscht übrigens nur so weit, weil es so glatt ist und weil Wittmann einfach unglaublich stark ist. Gestern gab es, wie heißt das, City Skylines, also hier dieser SimCity Klon. Ja, so als kleiner Tipp, im Moment ist es so, dass jeden Tag was kommt. Im Epic Games Store. Also, wenn du eh dort gegangen bist, ich glaube, ich habe dich sogar in der Liste, bin mir gar nicht ganz sicher, dann nutzt das. Lohnt sich. Im Moment. Liege ich überhaupt richtig? Ich bin, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, genau. Also, wie gesagt, wenn du eh dort bist, nutzt das. Kannst du fehlen. Okay. Spannung. Achso. Vielleicht mal eine kleine Frage, so, weil wir gerade hier so beisammen sind und so. Ist denn das, die Chatbox, eine gute Sache oder eher eine schlechte? Also. Die da. Oder stört die? Höher. Aber ich komme noch gar nicht höher. Ich kann... Naja, man könnte jetzt... Ich kann mir ja mal überlegen, eventuell das... Das Overlay nochmal so anzupassen, dass die Verteilung vielleicht ein bisschen anders ist. Aber die Chatbox... Also, wenn ich die Chatbox jetzt noch größer mache, müsste ich den Bildschirm kleiner machen. Und dann sieht man nachher, glaube ich, vom Spiel nicht mehr viel. Wenn man hier ein bisschen talky-talky macht, ist das nicht so schlimm, ne? Also, wenn ich jetzt hier sitze und sage... Oh, ja. Heute habe ich Bob Müller guten Tag gesagt. Dann stört es ja nicht weiter. Aber ich glaube, im Spiel ist es ein bisschen schwierig. Also, ich fand gestern bei... Ich war ja auch bei... Nur mal so als Tipp. Bei Bonka, ne? Beim guten Dunk den Bonka. Ähm. Und der Bildausschnitt gestern... Der war ja größer, weil er das Hintergrund hatte. Aber manchmal hat er auch, glaube ich, einen kleineren Ausschnitt, ne? Und hat dann ganz viele Schüssel. Und ich habe halt auch... Bei ihm geht das aber noch. Bei ihm sieht man zumindest noch was. Aber ich habe... Wer war denn das? Ach, hier bei Denzen kann ich übrigens empfehlen für Leute, die so auf Kaizo stehen und so. Das ist echt cool. Ähm. Der hat aber zu viel Schüssel drumherum. Du hast so gefühlt alles voll. Und du hast dann so ein... Also... Hier voll. Hier voll. Und hier unten voll. Und hier nochmal so. Und dann hast du nur diesen... Moment. Diesen Screen. Ich persönlich bin immer ein bisschen wenig. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ansonsten lässt sich das natürlich alles anpassen. Ich bin ja lernfähig. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich machen soll. Verdammt. Elektromagnetischer Peilsender. Na gut, ich probiere es mal. Ich verprügel erst mal die da unten. Das Treffen des Jokers findet wohl in New Gotham statt. Oh. Ich kann in der Chatbox auch die Schrift größer machen. Das geht. Das muss ich nur einstellen. Ist die denn so klein? Ich sehe das ja nicht. Ich sehe ja, hier muss das kleine Ausschnittsfenster. Gott, das lässt sich machen. Ich glaube, das kann ich sogar on the fly machen. Äh. Moment. Mach ich mal eine Pause. Vielleicht kriegen wir das hin. On the fly. On the fly. Wollen wir mal so lange ein bisschen hier. Okay. Ich kann ja zumindest versuchen, die Schrift größer zu machen. Was haltet ihr davon? Auf dem Pad ist es sehr klein. Okay. Ohne Brie... Moment. Wir gucken mal. Also ich habe jetzt die Schriftgröße 16 Pixel. Ich habe auch eingestellt, dass der Chatverlauf immer zu sehen ist. So. Jetzt wird er erst mal geleert. Jetzt schreibt mal was. Und dann müsste das gehen. Ich kann ja auch mal was schreiben. Moment. Test, Test. Ist es jetzt besser? Okay. Es geht eine ganze Menge. Ich habe die Schriftgröße jetzt auf 18 Pixel erhöht. Sieht man das überhaupt? Ich meine, zwei Pixel ist nicht viel, aber manchmal ist es ja der Unterschied, der es ausmacht. Echt? Echt? Zwei Pixel machen schon einen Unterschied? Echt jetzt? Nur zwei Pixel? Okay. Ja gut. Wie schlechter. Ich verarsch mich nicht. Echt jetzt? Paul? Wir wollen eine ehrliche Antwort. Also ich kann auch noch 20 erhöhen, aber ich glaube, irgendwann hast du dann den Namen vorne dran und hinten da nichts mehr. Ich kann das halt nicht so groß machen, weil es jetzt total in den Bildschirm ragt. Und zu klein wollte ich es halt. Also 16 Pixel fand ich noch als sehr angenehm. So vom, vom, vom. Aber ich glaube, die anderen haben alle so zwischen 12 und 14, damit halt ziemlich viel Text in diese Textbox passt. Mist. Weiß ich nicht mehr, wo ich lang muss. Da lang muss ich glaube ich, ne? Der Paul hat, der war ja letztens ein bisschen echauffiert, Martha, dass wir mit, mit Bronca spontan eine Runde Ammon Ass gespielt haben. Das hat mich ja auch überrascht. Äh, bei dem, bei dem Party-Stream. Und Paul hat mich gleich auf drei Kanälen angeschrieben, wie es denn sein kann, dass ich ohne ihn Ammon Ass spiele. Ja. Fand ich auch. War eine absolute Frechheit. Ja, du Paul, das ich, sonst hätte ich, hätte ich ja sonst angerufen. Oder so. Ja. Du musst übrigens noch rauskriegen, wie ich so einen Wartekanal mache. Im Discord. Das weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, da muss man irgendwie einen Berechnungskanal machen, ne? Dass ich nur freigeben kann. Ja. Anfellow kommt. Ja, tut mir leid. Kann ich's wieder gut machen, Paul. Möchtest du ein, ähm, möchtest du ein, ein, äh, ein Süßi? Hier. Bitteschön. Hm? Für dich. Ein bisschen süß. Ich hab auch, warte, Paul, für dich, für dich hab ich zwei Süßi. Nimm schon. Ja, das lässt sich machen, Paul. Ja, aber ich krieg ja nie, ich krieg ja nie zehn Leute zusammen. Dazu ist der Kanal einfach noch zu klein. Und, äh, alles klar. Ähm. Dazu bräuchten wir mehr Follower. Und mehr Discord-Mitglieder. Ich glaub, im Discord sind jetzt vielleicht sechs Leute, sieben Leute. Und ich hatte das ja über Wochen angepinnt bei Twitter. Interessiert kein Schwein. Aber ist wahrscheinlich auch so, weil das, was ein bisschen so ein, so ein bisschen ineinander grabscht, ähm, Specs, äh, Stream und Discord. Also, das macht natürlich dann nur Zusammensinn. Da ich aber nach wie vor keine festen Zeiten hab, weil sich das arbeitstechnisch, äh, schwer realisieren lässt. Ist ja lustig, du kannst... Ach doch, jetzt. Ja, aber nur hier gibt's Qualitätsdrinks. Ganz heimisch. Und privat. Ja, ich hab mir ja schon angeboten zum Ausziehen oder sowas, aber das will keiner sehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ob Twitch geht nicht, müssten wir zu Onlyfans wechseln. Und drittens, ich hab keinen Onlyfans-Account. So, jetzt haben wir ein Problem. Der Erste hatte Angst und dann kommt er plötzlich. Wie, mich nackt oder Unpens? Also, ich, den Straps nimmt mir keiner ab. Daher... Ich hab' auch nicht gesehen. Mann, das zu. Bin ich schon drüber? Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Oh, nee, Fischi. Ja, ja. Manchmal mach' ich hier auch den Alleinunterhalter. Dann ist es Onlyfans. Das ist das Signal. Sieht aus, als sei der Electrocutioner im Royal Hotel. Im Royal Hotel. Der Joker hat das gesamte Royal angemietet. Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was hier los ist. Nein, du fragst, du denn guckst. Hey, Brent, du bist hier eingefallen. Vergess das nicht. Ja klar, das vergessen. Wenn es Rantz in den Zentrum kommt, und was für die ganzen Schienen... Ist eine Überraschung. Warum gehst du nicht zurück auf deinem Platz und lässt uns unsere Arbeit erledigen? Wir schlägern, und hier wird's für dich ausmachen. Wer sagt, dass du mir was auswirkt? Schiffhildee, schon wieder? Ja. Es ist verwirrend jetzt gerade. Moment. Gesetz. Gesetz. Gleich ist es wieder tot. Doch, man, du das Counter einführen. Ich hab ja schon einen Counter da. Ich hab ja kein Problem. Oh je. Du hättest dich stellen sollen, als du noch die Chance hattest. Okay, Jungs. Schaff diesen Dreck hier raus. Das ist ja gut. Hm. Hab ich mich doch ein bisschen lackig angestellt, glaube ich, ne? Ja, war nicht so erfolgreich. Ich geb's zu. Ja. So, ich kann euch übrigens jetzt... Das ist das Witzige, ich glaube, geht das hier? Nee, aber in dem anderen Screen kann ich das machen. Guck mal, da kann ich die Chatbox nämlich wegnehmen. Cool, oder? Also, falls du mal stört. Oh, oh, jetzt gibt's Essen. Ich sag mal, ich sag mal her, das Essen. Das ist oft bringt mehr Essen. Ist das jetzt Community-Essen? Das ist Community-Essen. Das ist wie bestellt. Boah, danke. Ja, Essen. Also, hier, nochmal her. Rats übrigens. Danke. Schon mal hab ich Glück. Du bist ja herkommen. Hier gibt's Raps. Aber vielleicht klappt's ja nächstes Jahr mal. Corona war ja dieses Jahr so ein gegenseitiges Besuchen leider nicht wirklich drin. Ist immer ein bisschen schade. Und, ähm, ja. Kann ja mal so machen. Ich kann ja trotzdem weiterreden. Ja, ich weiß. Ist schwierig im Moment. Oh, sorry. Das war die Maus. Ist alles nicht so einfach. Oh. Auch Fischis muss man, den Fischi muss man einfach zu füttern. Ja, ich hab ja heute noch nicht so viel gegessen. Ist immer so dieses, ne, gehst halt, also geh im Moment so knappe vier Stunden auf Arbeit und da ist nicht mehr viel. Also du willst, du hast ja keine Pause. Da ist sie natürlich auch nichts. Ne? Von daher ist das schon. So, ich mach mal ein bisschen Platz hier. Das seht ihr jetzt hier alles nicht. Da kann ich euch nämlich was vorschmatzen. Was hält man davon? Hm, Raps. Ja. Ja, da ist ein bisschen was ongoing. Wenn es sich, ähm, Covid-0 in 10. Ja. Die sind selbst gemacht. Von daher. Das sind ja auch noch Polizisten. Wo war ich denn jetzt? An irgendeinem Hintereingang, oder? Hier unten. Da hat er mich auf dem Dach abgesetzt. Okay. Ja. Das sieht auch gut aus. Warte. Also, Entschuldigung. Hm, Foodporn. Hm. Ja. Aber wir können ja auch so, ne? Also, geht ja, geht ja. Wir sind ja so unter uns hier, ne? Das ist jetzt sozusagen Batman-Glass-Tetting oder so. Ähm. Ähm. Ja. Man könnte ja mal sagen, ob ihr, was so ein Community-Ding mal, also ich hab ja bei Twitter eine Umfrage gestartet. Haben leider noch nicht so viel teilgenommen. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr auf sowas Bock hättet. Das hat ja zur Wahl gestellt, Horror oder Community. Weil ich würd gern was als nächstes. Entweder Horror-Gaming. Das wurde sich ja mal gewünscht. Und, ähm. Community wurde sich ja auch gewünscht. Und jetzt überlege ich gerade, was wir zuerst machen. Community macht natürlich nur Sinn, wenn genügend Leute zusammenkommen. Und da kann man ja immer noch entscheiden, was man zocken will. Also, Among Us ist natürlich ein cooles Community-Spiel, weil es ist relativ ruhig. Du musst nicht viel machen. Du musst deinen Kopf nicht so krass anstrengen. Ähm. Du kannst tatsächlich auch mit den Leuten auch interagieren. Dafür haben wir ja auch den Discord. Ja. Oh, jetzt kommt das Rezept in den Chat. Uiuiui. 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 Aber ASMR ist nicht so meins. Ja, wie gesagt, also Community ist möglich. Aber geht halt nur, wenn genügend Leute da sind. Also akquiriert ruhig noch ein paar Leute. Ja, ich mache mir jetzt was vor. Warte, ich wechsle noch mal ein bisschen auf die... Auf den? Was gehen soll, auf den? Ja, ich bin aber schon richtig, ne? Ich denke, das ist so verkackt. Vielleicht nicht doof angestellt hat, ne? Ist auch relativ simpel. Du brauchst halt nur die Rohrmaterialien. Ähm. Die Wraps oder diese Platten, diese Runden, die kannst du überall kaufen. Brauchst du in die Pfanne, wärmst die auf so ein bisschen. Damit die, damit die auch weicher werden. Und dann kannst du die so falten. Wie ein Wrap. Rollen, falten. Da gibt's verschiedene Techniken. Ähm. Gibt's sogar eine Anleitung für, glaube ich. Also wir kaufen Wraps. Außer jetzt vielleicht nicht mal auf Arbeit, was ich schnelles brauche. Eigentlich so nicht. Extra. Beziehungsweise fertig. Paul, wärst du denn... Also, falls Paul noch da ist, du weißt ja nicht, ob der noch da ist. Wärst du denn beim Community Gaming bei AI dabei? Könnte ja mal sagen. Okay, dann nehme ich das mal als Ja so hin. Marta hätte auch noch mal Bock, glaube ich. Wie gesagt, das Letztes war eher eine spontane Noobrunde bei Bronca. Weil er selber kannte das Spiel ja so nur auch vom Hören sagen. Und, ähm... Er hat sich immer nicht stumm geschaltet. Und dann hat man ihm... Oder... Auch der... Den Leuten, die halt prinzipiell noch gar nicht so oft gespielt haben. Das Spiel so ein bisschen erklärt. Der zweite Rap kommt gleich. Ich will das mal gucken, ob ich die jetzt verprügeln kann. Damit die Leute hier... Uh, auch ein bisschen Action bekommen. Jetzt war ich den Arsch verbrannt, ne? Den gibt's wirklich. Ich hab schon. Ich verbrenne mir jedes Mal den Arsch da, weil das... Weil das Feuer ist. Und schon. Aber da ist einer mit dem Zielfernrohr. Die Chatbox sieht viel besser aus. Also, weil's ein bisschen größer ist jetzt. Ja, Corona muss irgendwann... Sorry. Corona muss irgendwann aufhören, ja. Ja. Ne. Ne. Jollchen. Ne. Wiesel sagt, sie kann vom Sofa aus lesen. Also, ja. Ne, dann ist doch cool. Ja, und dann sind die zwei Pixel mehr an Schriftgröße ja durchaus... Eine sehr gute Investition. Ja. Na, passt das doch. Moment, ich mach euch mal wieder hier... Poolgame. So. Gut. Ich muss auch mal beim Poolgame vielleicht mal die Chatbox mit einbinden. Wenn's jetzt ein bisschen raschelt, bin ich das. Ich kann mich ja hier nicht müden. Also, ja, wie gesagt, ich hab, ähm, auf vielfachen Wunsch... Moment. Vielfachen Wunsch... Aufm... Aufm Streamdeck schon einen Encounter drauf. Also, sozusagen den Todes-Counter. Ähm, den können wir demnächst tatsächlich mal einführen. Vielleicht mal ganz interessant. Und vielleicht will ja... Ja, das ist total spannend, wenn er atmet. Hm. Und dann kann man ja mal wirklich mitzählen, wie oft ich Helden-Tode sterbe. Vielleicht auch in einem Spiel, was die Community wählt. Das wär doch mal was. Aber es gibt tatsächlich Spiele, die mir liegen. Und es gibt auch Spiele. Sorry. Die mir nicht so liegen. Aber unterm Strich bin ich jetzt kein Pro-Gamer. Ähm... Du, Paul, das hab ich noch gar nicht ausprobiert. Also, die Zahl, die jetzt in diesem... Ich hab mir da so ein Kreisel gemacht. Ähm... Die geht im Prinzip... Über... Eine Ziffer. Ich nehme mal ein 2 nebeneinander würde passen. Aber alles... Dann ist es schwierig. Glaub ich. Also, wenn die... Sterbe ich nur die 100.000-Tode-Beärmung hast, weil ich ständig nur Crewmate bin. Ich glaub, ich war in den... In den 4 Sessions, die ich bisher gespielt hab, Nur... Ne, 5 waren's, ne, Paul? Also, wenn man die beiden Spiele spontan damals mitnimmt, wo du mich noch mit gefragt hattest, Sind es, glaub ich, 5. Und von diesen 5 war ich, glaub ich, in einem so einer gesamten Session Mal, äh, Imposter. Und das war's. Ansonsten war ich immer nur der Luppi, der überall hinballert und, äh, Laub entsorgt und, äh, Einen Tank auffüllt und was weiß ich. Also, den, den, den Kram, den man so macht, so als Crewmate. Geschnetzelt, es ging. Also, 1, 2 Tode hab ich schon verursacht. Ja, und bei Bronka. Ach nee, bei Bronka war ich, glaub ich, auch noch mal Imposter. In einem Ding. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hab ich geschnitzelt. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Weiter, also nicht so schlimm. Und wir waren, glaub ich, bei dem Bronster-Stream. Äh, ja, ich glaube. Äh, nein, der trägt Stumpfhosen runter. Äh, äh, nein, der trägt Stumpfhosen runter. Er ist immer gut ausgestattet. Und hat mindestens beheizbare Einleger sollen. Na? Ich hab leider keine Wärmebildkamera. Deswegen kann man das nicht sehen, ne? Wie man sieht. Na, also, ja. Sieht man leider nicht. Es gibt keine Wärmebildansicht. Aber ich glaube, äh, er hat beheizbare Einleger sollen. Mittlerweile gibt's auch beheizbare Socken, hab ich gesehen. Ja. Beziehungsweise Skiunterwäsche. Echt mit, mit, mit Brennstoff? Aber das gibt's auch mittlerweile moderner, oder? Also als Akku. Also ich kenne das mittlerweile als Akkupack. Und wir haben ja auch schon beheizbare Skihandschuhe gehabt. Ja. Aber ich seh das mal so. Prinzip her ist es ja so, Batman bewegt sich ja sehr viel. Er kann gar nicht frieren. Hmm. 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 Es gibt ja so Akkus, also du kannst ja die Akkus meistens tauschen. War gut. Ich meine, nach zwei Stunden ist der Akku leer, oder nach drei? Hmm. Ich hab's da nix mehr mit, ähm. Also, du kannst nicht, wenn du weißt, du bist zehn Stunden unterwegs, schleppst du nicht fünf Akkus mit dir rum. Das ist mir schon klar. Wie lange hält der in so'n Ofen? So'n Taschenofen. So, wo gehst du denn hin, Paul? Aber komm doch wieder. Komm doch wieder, Paul. Verlass mich doch nicht. Paul, das kannst du doch nicht tun. So geht das nicht. Hmm. Ist ja witzig, ich hör gar nix mehr. Warum hör ich jetzt plötzlich nix mehr? Weil er mich nicht mehr mag? Hmm. Warte mal. Soll die Lautstärkenregler am Kopfhörer regeln. Hmm. Hmm. Dann läuft's auch. Ja, ich weiß, den Ton läuft. Ich hatte hier, bin an mein Kopfhörer Rätchen gekommen. So. Ja, tschüss, Paul. Aber ich hoffe, es läuft bei dir. Also ich weiß ja nicht, was du machst. Aber wahrscheinlich was essen. Kommt's doch. Kann man ja sogar nicht krabbeln. Ja, danke. Also, der Dank geht an Ayub. Wie hat ich gemacht, schon? Sie ist die Stimme aus dem Ock. Props gehen raus an Melly. So. Ohne sie könnte ich das hier gar nicht machen. Ja, die waren selbst gemacht. Das hat sich nur das geöffnet. Faltanleitungen. Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einmal so halten und du kannst drehen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ah, hier. Sorry, Marta postet's nochmal rein. Die Faltanleitungen sind übrigens auf den Packungen von den Wraps mit drauf. Von den, von diesen, ähm... Ist das Weizenplättchen? Weiß es? Pizza-ähnliche Größe? Ich weiß, sie heißen ja Wraps. Watzentortillas. tschuldung ich da jetzt muss ja jetzt glaube ich runter ja ja na denn von wegen gleittritt ich bin hier ich weiß was du willst ja 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 was spielt denn eigentlich der panda im moment weil er meinte er lässt laufen aber es spielt was immer noch call of duty Echt? Echt? Wie jetzt? Ist die Reflexion so groß? Ja, es ist Weihnachten und ich verteile die Geschenke. Klatsche links, klatsche rechts. So, mal gucken hier. Wie war das jetzt? Ah, kryptographische Sequenze, danke. Ah ok, na gut, das sorgt natürlich dann beim Hund für Verwirrung. Aber dann funktioniert der Schutz, ist doch gut. Okay. Okay. Naja, muss er ja. Naja, ich weiß nicht, ob der Hund das weiß, ob er Batman ist oder... zwei. Naja gut, das ist ja dann ein guter Hund eigentlich. Der Krankenwagen des Jokers. Er muss in dem Gebäude sein. Ja, nimm doch die Moneten mit Junge. Ach ne, das ist ja Bruce Wayne, der braucht ja keine Moneten. Der hat ja genug Moneten. Der braucht keine Moneten. Das ist das immer. Hm. Was ist hier? Oh, guck mal, der badet im Geld. Oh, ich will auch mit Geld baden. Wiii. Hier so. Ich setz noch was daneben. Oh, guck mal hier. Der sind... Oh, Moment. Guck mal, da sind schon Fliegen. Die kommen schon, die wissen schon, was jetzt kommt. Was er abseilt. Ja. Da sind die Schmalzfliegen schon da. Ah, schön. Wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich aufhält? Noch nicht. Wieso? Nur es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten nie mit Hilfe der Kameras finden. Ja, das ist mehr als das Weihnachten und Ostern und Silvester und Geburtstag zusammen. Alles. Für die Fliegen. Leiche und, äh, hingeschissen. Moment, da muss ich mal hier kurz... Gab's hier was? Ne, das war nur im Arkham City, glaub ich. Wie krieg ich das Ding? Krieg ich da bestimmt so, oder? Check. Hier ist genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frag mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Na, der Elektro-Cruci noch. Ja, belastend. Ob wir es schaffen, ihn aufzuknüpfen? Na, komm schon. Jetzt. Waaah! 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 Hey! Mir wurde einer Kopfüber aufgehängt! Nein! Kopf über auch noch. Das ist eine Salami. So. Also die deutsche Sunko ist schon sehr lustig. Ja, verteilt euch. Guck mal an. Jetzt fängt er an zu scannen. Nein, bitte nicht! Jaaahhhh! Hehehehe. Blei-Clone. Hehehe. Warte mal, sind hier zwei mit Störosensor? Ne, ist nur einer, ne? Unten ist noch einer, er ist noch... Er hat gescannt. Warte mal, will ich den? Ja. Ja, Alter, ich bin immer auf der unteren Ebene. Das ist so der Trick bei der Sache. Aber jetzt zum Beispiel habe ich ja den einen ausgeschaltet. Jetzt sehe ich zumindest auch, was die anderen so machen. Ich glaube aber, einer hat mindestens noch so eine Brille. Ja, das war, glaube ich, ein Fehler. Ja. Shit, ist mir entgangen. Schade. Boah, das sieht schon cool aus. Kommt schon, Leute. Also auch selbst heute noch. Ist eigentlich ganz cool gemacht. So schlecht ist das Spiel gar nicht gealtert. Ja, manchmal mache ich das. Macht ja auch Spaß. So dieses Aufknüpfen. Aber irgendwann gehen dir halt die, die Punkte flöten. Weil ich habe jetzt eins, zwei, drei... Ich habe jetzt alles schon belegt, außer einen. Und an dem hänge ich gerade selbst. Und natürlich geht es darum, natürlich relativ leise irgendwie zu killen. Das Coole ist, man kann ja auch für Verwirrung sorgen. Den meinen, äh... Den nicht. Ja, den wollte ich. Wutz! Wir sind so weit weg, das hören sie leider nicht. Ja! So ein noch, ok. Dem Augenblick muss er sich auch genau umdrehen. Aber ich hab's noch geschafft. Ja. Sehen da nur noch zwei übrig. Hier könnte ich noch einen auch knüpfen. Hier hing noch keiner. Ja, ich hab ihm ja beim Einschlafen geholfen. Nicht da lang. Komm doch zu mir. Hier ist sicher. Ja, ich tu doch alles für meine Mitmenschen. Ich helfe ihnen beim Schlafen. Ich streiche ihnen die Seelen. Hör ihnen zu. Bin ja immer besorgt. Was ist denn die andere? Da unten. Ach komm schon, dreh dich um. Eigentlich so ein, so ein... Ja, ja. Ja, ja. Schade. Ich hab sie alle in den Schlaf gesungen. Ich will Joker suchen. Schlaf, schlaf, juhi. Oder so. Nein. Ja. Die sind hin und weg von mir. Sieht ihr an meiner einzigartigen Stimme? Ja. Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Vielleicht wüsste wo der ist. Du kleiner... Wisser, wisser. Hier. Ja. Bekürtelung. Nee. Ding, ding, ding. So. Das Wort ist... Du musst in den Überwachungsraum und den Joker suchen. Ich sehe. Na, Mensch. Die deutsche Portierung ist schon manchmal ein bisschen komisch. Freunde. Killer. Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die... Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Puschener? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheure, den Batman zu töten... Hältst du die Klappe und tötest den Batman! Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich... Das dachte ich... Der Obstkuchen ist fantastisch! Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt! Raus mit euch und tötet Batman! Wenn! Bewege dich, Großer! Nein! Nein! Er kommt dich holen! Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten! Also wartest du! Na? Das sollte spannend werden! Für diese Momente liebe ich das Spiel! Und ja, er ist befördert worden! Der Zug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme! Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wieder herstellen! Genau! Gib mal deine Handschuhe her! Cool! Ja! Der Electrocutioner! Krassartyp! Habt ihr übrigens gemerkt, Bane hat seine Stimme aus der Dark Knight Trilogie! Ich feiere die Synchro so hart! So! Ähm, wo bin ich denn vorhin durchgekommen? Ich... Ich netter Typ, ich! Guck mal an! Da wackeln die Sternchen! Schön! Ja! Synchron ist mega! Es weiß! Wir öffnen! Ich muss ja... Hä? Moment, wo muss ich denn jetzt hin? West Tower... Äh... Wir gucken mal kurz! Irgendwo war doch von hier was mit... Ich muss ja... Ich muss Strom machen! War das hier? Ne, war hier nicht! Macht ja nichts! Ich weiß ja was du meinst! Die Vertonung ist schon super! Kann ich nicht meckern! Aber ich muss auch sagen, dass die Vertonung im Allgemeinen in den letzten Jahren bei den Videospielen hart gut geworden ist! Also... Wenn man mal so vergleicht noch... Ich glaube... Die richtig... Erste wirklich... Die richtig geile Synchro war ja... Der... Dritte Monkey Island! Weil der auch viele Videosequenzen hatte! Und dann ging es ziemlich bergab! Also da wurde halt nicht viel in die Synchro gesteckt! Beziehungsweise wusste man wahrscheinlich nicht, wie soll man das vertonen! Weil du hast ja... In einem Videospiel hast du ja das Bild meistens nicht vor dir, sondern du kriegst nur ein grobes Skript, was passiert! Und ich glaube, wenn dann irgendwas dazu kommt... Im Sinne von... Da wird... Im Gamedesign beziehungsweise in einem Handlungsstrang was verändert, dann passt das manchmal von der Synchro nicht! Dafür kann eine Synchro-Studie natürlich nichts! Wenn die dann keine neue Vertonung beauftragen für diesen Part... Ähm... Dann ist das natürlich sehr tragisch, weil die Synchro meistens ja schon weit vor Fertigstellung des Spiels angefertigt wird! Weil da nämlich dann schon die... Das... Die Dialogregie... Steht... Beziehungsweise... Ähm... Das... Äh... Da muss ich doch hin! Äh... Das Drehbuch für die Synchro-Geschichte! Ah, hier! Jetzt! Jetzt! Und... Jetzt wollen wir's wissen! Ja! Habt leider aber nicht immer! Da! Hallo! Gut! Seid bereit, euch in Bewegung zu setzen, wenn ich ankomme! Cool! Ja, Nathan als Batman ist leider geil! Hashtag leider geil! Muss man so sagen! Also alle Stimmen hier, die hier besetzt sind! Auch in den anderen Arkham-Spielen sind mega! Der Joker ja auch! Der Joker, so wie der in den Arkham-Teilen gesprochen wird! Ähm... Ist ja auch der Joker, wie er in den Zeichentrickfilmen gesprochen wird! Ist einfach mal richtig, richtig gut! Ja, das ist das... Äh... Ist die Schneesuite! Also es gibt zwei davon, ne? Wie man sieht! Einmal die E1018 und die 1017! Im zehnten Stock! Immer mit offenem Fenster! Und ähm... Für den Ausblick! Ja? Wenn man hier so rausguckt! Schöner Ausblick über Gotham City! Und im Winter schön viel Schnee! So stellt man sich das vor! Haben Sie den Joker gefunden, Sir? Ja! Er ist im... Ja, der Schnee kostet extra! Der wird extra in dein Zimmer geschaukelt! Mal wieder! Noch nicht! Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen! Die Aufzüge sind abgeschaltet! Und Jokers Leute sind überall! Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch! Jaja, ich finde immer einen Weg! Guck an! Wann dürfen wir endlich die Hotelgäste abknallen? Gar nicht! Und hepp! Und hepp! Immer auf die Mütze! 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 Und... Zack! Geschockt sind sie von mir! Was haben wir denn da? Du kommst ein bisschen spät zum Essen! Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen! Ist aber nett! Ist aber nett! Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte! Was kann man denn so alles kalt essen? Hm! Woop! Is one here! Ah! Ah! Oh! Mein Fehler! Ah! Heimelig! 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 Fast heimelig! Spannung aufbauen hier! Jetzt! Komm los! Bettel ruhig um dein Leben! Lass nichts bringen! Wissen nicht! Ich kann nichts hier! Auf Wissen! Füß! Er hält nicht lang los! Ist manchmal ein bisschen lustig! Ah! Unsere Versteckung! Füß! ualm! Entend nicht! Essen! Banner! Füß! Machin! 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 Na komm. Ah, Bockhandschuhe. Wahnsinn, die praktisch. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben eine Freunde. Sie halten Sie als Geisel in der Ehe vor dem U-Bahn. So leicht geht das nicht mit den Abstürzen. Das kann ich versichern. Das ist nicht unbedingt so. Wie viel kann man denn gewinnen? Aha, 10.000, was ist das da? Safari, probiere es noch mal. Das kann man ja kaum lesen. Was ist das? 1 Dollar? Grüß. Steht da Power? Und Luxury Vacation. Okay. Bankrott. Na ja. Dinner? Steht da Dinner? Stimmt, da steht Dinner. Oh. Dammit. Was hat er jetzt wohl gewonnen? Ein Dinner? Ja, du könntest auch 10.000 Geld bekommen. Ja. Das war auch was, oder? So, also. Auf geht's. Schau dir mal, das sind zwei gerettete Hotelangestellte für dich und, oh je, ich liege immer noch weiit vorne bei den getöteten Angestellten. Ich weiß, dass die großen Geschenke hier sind verlockend, aber denk dran, bevor du zugreifst. Sie sind nicht für dich. Kopf hoch, fühl dich nicht ausgeschlossen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich direkt um die Ecke. Garniert mit etwa 400 Pfund Schlägern. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Oh, Mist. Oh, oh, Batman. Beeil dich. Gleich wird jemand erschossen. Was? Gleich wird jemand erschossen? Wo denn? Hier ist keiner, der erschossen wird. Sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird. Die Dummen werden nicht weniger äußerst bedauernswert. Für dich meine ich, für mich. So, jetzt aber her. Was, eine Mutter? Eine Marienkeule. Äh, nee. Das geht noch ein bisschen. Man muss den Elektro-Cutient haben wir schon. Bane müssen wir besiegen noch. Und dann im Zuge dessen auch den Joker. Wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, ich denke nicht, dass wir das heute schaffen. Bin ja erstaunt, dass es bisher noch nicht abgestürzt ist. Ich muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Ja. Ja. Ah, da. Was? Nein. Naja, vielleicht. Bane ist ein bisschen schwierig. Jetzt machen wir erstmal Nathan Drake. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich hab doch nicht sowas. Was denken die Leute das wirklich? Ich glaub ich war zu schnell für die Synchro. Moment, ich guck mal kurz. Guck an. Danke. Danke für den Follower. Moin. Jetzt die Deathstroke. Ja, tachchen. Vielleicht sterbe ich ja doch noch ein paar Mal heute. Ja. Ja, ja, ja. Ich kann ja den Todes-Counter irgendwann mal einführen. Ich hab ja den Button hab ich schon hier. Ich muss es nur einfügen. Ich glaub ich noch nicht drin. Ist durchaus machbar. Du Todes-Counter. Ja, manchmal stellt man sich ja doch ein bisschen lackig an. Gebe ich hier auch ehrlich zu. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht hab? Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen... Es waren drei. Es waren drei. Aber es waren drei. Es waren drei. Ich bin der Meinung, es waren drei. Ja, nur drei. Ich bin der Meinung, es waren drei. Mann, sag doch auch mal was. Es waren drei, oder? was er macht liebe ich hoffe nicht also nicht mit mir hoffentlich also auch noch mal für die neuen unter uns ich spiele batman arkham origins weil es halt weihnachten ist also weiß dass weihnachten weihnachtsthema behandelt weihnachtsgeschenke für den joker für den batman ganz viele und ganz viele für die handlanger wie man sieht ja und das spiel gut ist also es ist unterschätztes spiel muss ich ehrlich nach wie vor zugeben zumindest nach meinem empfinden ich habe selber unterschätzt mittlerweile genieße es eigentlich besser was muss ich denn hier machen ja warte moment wo ist die mühle was muss ich machen ja warte hier unter ich komme ich kann den counter ja schon mal kommt was hat man gesagt vier haben wir jetzt sind es dreiecht moment wir machen wir machen mal folgendes wir machen mal folgendes jetzt hier ein mehr ja was denn nun entscheidet euch mal in der zwischenzeit packe ich euch mal packe ich euch mal was feines rein moment wie nennen wir das ding todes counter ja erst nein keine 20 und ihr auf sowas so in ja mein hier ist ja doch so der ist jetzt ein bisschen schmucklos aber so jetzt gucken wir brauchen natürlich noch eine schöne eine schöne eigentlich unsere klassische schriftart hier ich setze ihn erst mal dahin oder was denn nun fünf vier oder fünf vier oder fünf ich bin der meinung das waren vier jetzt ich bin der meinung das war ich bin der meinung es ich bin der meinung Nein, ich suche mal noch eine nette Stelle für den Haus, der ist jetzt erstmal provisorisch da, aber die Textdatei ist gespeichert. Na ja, technisch gesehen war das Schummeln, aber, ach was soll's, ich mag Schummler, also, bravo Batman, bravo! Dankeschön! Moment, ich sterbe, wenn ich in dem Wasser stehe, die werden die ganze Zeit geschockt und sterben nicht und sind nur nervös, Moment, 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 da ist doch unfair, oder? Hm, verprüfen kann diese nicht, klopft, klopft, ah, ah. Ah, hier. Ist ja gemein. So ist das nicht schön. Äh, wo muss ich denn überhaupt hin? Moment. Moment. Du gibst wohl dein Bestes, hm? Sein Optimismus ist überraschend, wenn man bedenkt, wie miese Peter, wenn du immer der Ring blickst. Ja, ich bin ja auch miese Peter. Äh. Äh. Hä? Wo war denn, hier war doch irgendwo so ein... langweilig? Wenn du dich bald rauskriegst, geh schlafen und warte auf den Weihnachtsmann! Ähm. Ja, welcher Sicherheitskasten... Wo ist denn der Sicherheitskasten? Hat den schon jemand gesehen? Du hast all diese schicken kleinen Fliehzeuge. Ich bin so dreidisch. Ja, kommst du ja. Ich such den Sicherheitskasten. Ist der Sicherheitskasten? Nee, das ist er nicht. Aber eigentlich sind die sonst immer offen. Nee, das ist er nicht. Mist. Ach, der Sicherheitskasten. Okay, ja. Ding, ding, ding. Da ist er. Äh, da. Ich muss vom einen Auge ins andere. Da, 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 so. Mein Multifunktionsgürtel? Nein, nicht wegnehmen. Ohne den geht ja gar nichts. Hallo. Nicht nochmal. Bitte. Dieses Spiel nenne ich Joker Sagt. Und jetzt sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schein werde. Nein, ich glaube. Ich versuche ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Thronstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Hast du als Kind auch versucht, die Nationalhygne zu holen? Darin war ich immer eine Niete. Dieser Gentleman meint jedoch, er könnte es. Machen wir uns einen Spaß und schauen dir, wie er sich unter Sturm schlägt. Juhu! Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine Kinder. Der Geschmack von Popcorn, das hat an der Bar geschaffen. Der Gestank von großen Pennern unter der Promenade. Ach, die gute Zeit. 1342. Ich glaube, ich rieche Dampfendes Flederbauschen. Eins, zwei, vier. Oh, tatsächlich, ja, super, das. Danke. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nicht mal geguckt. Idiot. Ich rate jetzt. Okay, das war es nicht. Drei, vier, drei. Also, drei. War das nicht drei? Weiße. Eins, zwei, drei, vier. Äh, jetzt haben wir die richtige, äh, wie jetzt? Eins. Nee. Ich stelle mich total dumm an. Moment. Eins, drei, vier, zwei. Okay. Also. Äh. Eins, zwei, vier, zwei. Drei, vier, eins, zwei. Was? Hab ich falsch geguckt? Ich habe schon wieder nicht hingeguckt, aber ich glaube, ich... Äh, fuck. Müssen wir nochmal machen. Armer Kerl, ey. Eins, drei, vier, zwei. So. Eins. Drei. Dier. Drei. Und dann kommt vier, drei, eins, zwei, ja? Hier. Drei. Eins. Drei. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ja, tut mir leid. Hab mich ein bisschen loopig angestellt. Jetzt schon ein Bällchen her. Ja. Ich glaube, du musst noch an deinem Humor arbeiten. Du hast heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du Freistall. Ein Lächeln am Abend ist besonders erlaubt. Der kommt tief. Bleibt zusammen. Du. Ah, gelenkst. Verprügel die doch mal. Machst du das sonst so? Ja, komm. Was zur Hölle? Werden wir mit dir zeigen? Ich komme diesen Freak nicht mit! Ich gebe ihm was auf! Eigentlich müsstest du ja fertig sein. Was? Hast dich rücksichtslos durch meine Weihnachtsattraktion geschlagen und kannst jetzt nicht mal die Tür finden? Das Traurige ist, es gibt keine Tür! Niemand kommt hier raus! Na, das verringert die Besucherzahlen. Aber das tun die Attraktionen ja auch schon! Ha! Sehst du die schreckliche Malke? Wir sind in der Handlagekorte! Und schon jetzt habe ich mehr erreicht, als du in den... ...wie vielen? ...zwei Jahren, die du die ganze Kostümshow abziehst! Oh, ich werde begrüßt! Ich werde begrüßt! Leider solltest du mittlerweile tot sein. Entschuldige mich bitte! Ich muss den Architekten erschießen! Komm her! So, der Architekt war mal! Der Architekt! Hm... Ach guck mal hier! Die sehen glücklich aus! Please stand by! Nein! Bitte nicht! Hallo! Zurück zur Bar! Warum tut ihr das? Den könnt ihr nicht einfach hier töten! Aber der Boss spielt gerne dieses Radespiel! Mit den Blutspritzern auf dem Boden! Komm schon! Bewege dich! Ach so! Wer sind sie? Ich bin hier, um zu helfen. Es gibt noch mehr von ihnen! Sie haben meine Kollegen! Sie... Sie zwingen sie! Keine Sorge! Ich finde sie, bevor etwas passiert! Okay! Beheilen Sie sich! Okay! Hm... Keine Spur von der Bledermaus! Wäre es okay, wenn wir die Typen abknallen? Ja, warum nicht? Leg los! Du sagst, wir können sie töten? Oh, schau mal! Ich bin am Fernsehen! Hei mal! Hey, Vicky! Hierher wählen Sie! Hierher wählen Sie! Fehl weg! Auf den Gold! Das wird echt eine Sauerei! Das wird echt eine Sauerei! Nein! 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 Ich bin ganz Lilial! Nichts da! Die Geiseln sind in Sicherheit. Ich muss zum Penthouse und den Joker aufhalten. Okay. Wisst ihr, jetzt wisst ihr, wie das war. So. Guck mal hier, die Auslicht ist doch schön, oder? Klar riecht der irgendwann. Nicht so angenehm wie ein Weihnachtsbaum. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ach, hier war das. Aber ganz cool, guckt aus dem Fenster. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Zünder dieser Bomben ist auf den 31. Dezember gestellt. Mit meinem kryptografischen Sequenzer sollte ich sie entschärfen können. Uh-huh. Oh nein, du hast meine Schneemann-Bomben gefunden. Oh, ist Neues? Ah, okay. Ich dachte, das geht immer nur mit diesen... Bla, bla, bla. Ah, okay. Aber für den Hinweis wusste ich gar nicht. Ich dachte, es geht nur bei den Glasscheiben... Also, durchspringen bei den Glasscheiben, äh, Fensterscheiben, so rum. Ja, tue ich. Mehrere bewaffnete Männer haben sich auf dem Balkon versammelt. Wir haben Maffen. Wir müssen hier... Nach Jahren sporadischer und nie bestätigter Sichtungen ohne Auszeichnungen haben wir die Fledermaus diese Nacht zweimal gesehen und abgelichtet. Guckt, dass eine neue Ära für den selbsternannten Ordnungshüter bedeuten, wirkte eine Person der Öffentlichkeit. Alles jedoch ist sicher. Nach dieser Nacht wird der Name Batman jedem in Bochum ein Begriff sein. So etwas gibt es nur bei uns. Der Batman-Live im Fernsehen. Ich bin Mickey Bale. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir. Hm? Wo ist er denn? Also gut, Brüder. Redermaus gibt er uns. Oh. Ihr welches sollt. Mal sehen, aus welchem Holz die gefetzt sind. Naja, aus dem härteren auf jeden Fall. Wie nützlich! Ich bin zu spät. ja nun mal hier mit beleuchtet immer begrüßt für mich gibt es immer schon party beleuchtet wenn ich komme ich habe die explosion am gotham royal in den nachrichten gesehen sind die hotelgäste in sicherheit nein sind sie nicht alles in ordnung afrid ich hatte schon mit psychopathen zu tun aber das hier in dem hotel wurden leute auf eine art getötet die ich schlage ihnen dringend vor captain gordon anzurufen er könnte ein wertvoller verbündeter sein ich brauche keine verbündeten naja was in den anderen teilen dann schon wieder ganz anders klingt und ist tatsächlich da die party ist schon vorbei irgendwie aber haufenweise joker wie man sieht wie ich sehe wurden die männer des jokers eliminiert gute arbeit aber denk daran dass die fledermaus unser hauptziel ist wir müssen wachsam sein an uns kommt ja nicht vorbei das ist der einzige weg ins penthouse hoffen wir dass du recht behältst aber nur die zeit auch mal die hängen im pool ab man stimmt die legen bomben ab glaube ich ne darf man nicht drüber kommen wenn die fledermaus erledigt ist gönne ich mir mal einen dieser hot dogs vielleicht auch zwei was ok grüner ja ja wissen wir ja noch nicht wachsen man ja 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 aber ja 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 Ich geh mal zu den Poolentspannern. Mh mh. Oh oh. Niemand sieht Batman, ja? Ja. Ich glaube fast, dass Bane euch nicht oft genug rauspeitscht. Warum lässt Bane es zu, dass er uns mit seinem irren Geschwafel quält? Wir können mit Bane, oder ich habe meine Beine! Wir können nicht mit ihren Händen, du Bane verrückt! Du? Naja. Komm doch mal hierher! Ja. Komm schon. Ja, komm schon. Das hier ist ohne Zweifel die absehlichste Vorstellung, die ich mir je ansehen musste. Ich bin trau! Ha! Ja! Oh, ein bisschen. Wie, nicht schon wieder. Hat er es jetzt erst gesehen? Kann er gar nicht sehen. Komm schon her! Komm schon. Mann. Ist er schon da? Am Anfang war das ja noch lustig. Aber jetzt wird es langweilig. Licht endlich auf! Ah! Ah! Er ist böse! Ich muss irgendwie drehen! Ach! Zeig dich! Na gut, er kann mich ja nicht sehen. Ich bin ja unter Deck, sozusagen. Ja! Zeig dich! Kuscheln mit Batman. Ah! Kuscheln mit Batman! Jaaaa! Ich bin ein guter Kuschler. Jetzt noch ein bisschen. Wo ist denn? Einer ist noch. Uh, verängstigt. Okay, okay. Ich habe kein guter Gefühl bei der Sache. Nicht? Ich schon. Nicht? Wir brauchen nicht mehr Pipi machen. Hat sie schon erledigt. 6-4. Er ist auf dem Weg zum Pentrus, um Sionis zu treffen. Gut. Wenn Sie runterkommen, werden wir Sie erwarten. Geht in Position. Die Passwörter. Hör mal, hör mal, hör mal. Ah, jetzt kommt glaube ich Bane oder so, ne? Nicht von dir vorbeizuschauen. Und gerade rechtzeitig. Und gerade rechtzeitig. Er gehört mir, Payasso. Ah, denk dran, du hast ein Wort gegeben. Du hast eine Minute. Wo der herkommt, hat wohl niemand manieren. Also, in meinem Haus ist es Tradition, dass jeder ein Geschenk an Heiligabend öffnet. Und ein Rehbhuhn in der Dürrenbaum. Wie viele Leben hast du gerade ausgelöscht? Keine, glaube ich. Das war nur, um die Vorfreude zu steigern. Eine Baustelle, die mir die Sicht versperrt hat. Oh, jetzt kommt Bane. Oh, muss ich nochmal umschalten. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Mit deinem Tod, finde ich. Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich präsentiere euch... ... den Tod des Wettbewerbs! ... den Tod des Wettbewerbs. Ich drücke's! ... den Tod des Wettbewerbs! Also auf den Tod des Wettbewerbs! Oh, yeah. Oh, fuck. Ah, der haut rein, ey. Junge, Junge, Junge. Ah. Sir, ich werde nicht tattelos zusehen, wie sie sich umbringen. Ich rufe Captain Gordon. Nein, nicht jetzt. Ich werde mir diese Stadt unterwerfen und dann zum Erdboot sein. Oh. Äh, ich war hinter dem. Alter Vater. Ja. 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 Durchgeglitscht. Das gibt's doch nicht. Das war unbefriedigend. Ach nee. Hier für euch. Ja. 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 Das ist doch nicht so. Ich bin so. Ja. Ich bin so. Ja. 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 Wenn ich ihn fassen bin, geht es dir an den Kragen. Na ja, so locker. Na, du musst erst an dir vorbei werden können. Nein, ich will nicht, dass du keine Ehre mehr im Tod verdienen kannst. Huh, wir hatten zu haben gesagt, dass es mir nicht getan hat. Nein, du kannst nicht gewinnen. Na komm, du kannst du wenigstens. Ich bin für mein Geld eine 50 Millionen Dollar Show. Ja, mach die mal fertig. Ich hab mir das eher verdient. Ja, fuck. Ja, fuck. Der macht mich fertig. Das Schlimme ist, der rennt immer überall hin, nur nicht da, wo er hin rennt soll. Bad Nuh, Bad Nuh. Oh. Eine Zeit ist gerade abgelaufen. Warten weg! Wiederhole, warten weg! Das Gericht auf den Boden ist unabhängig in der Feuer. Das nenne ich meine Party. Auf dem Dach wird's mir zu heiß. Du hattest Glück! Du hattest Glück! Was denkst du, wo du hin willst? Huh? Ha? 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 Oh, best du hier hier? Bist du hier? Aber wieso? Wieso? Wieso machst du sowas nur? Eilmeldung. Ich bin derjenige, der dich töten will. Das waren zwei sehr, sehr schlechte Menschen. Die Dinge, die sie getan haben, das willst du gar nicht wissen. Sie haben den Tod verdient. Genau wie ich. Halt! Keine Bewegung! Haha, ich glaube, er meint dich. Knallt ihn ab! Los! Lassen Sie mich raten, er ist entkommen. Bringen Sie ihn nach Blackhames. Wo ist er hin? Hä? Wer? Die Fledermaus. Dein Partner. Hahaha! Mein Partner? Wer springt denn sonst von dem Gebäude, um deinen gerdlosen Arsch zu retten? Wissen Sie, Officer... Dasselbe habe ich mich auch schon gefragt. Gary! Gary! Sehr, sehr scary. Aber ich musste jetzt einfach genießen, die Szene. Zeit für eine kurze psychiatrische Beobachtung. Tja, uh. Oh, hier. Jetzt, jetzt wird sie geboren. Jetzt wird sie geboren. Über Taten? Die Cops hier. Immer auf die Krankenhäuser. Na, wer ist das? Sag mal, Schätzchen. Hattest du je einen richtig üblen Tag? Und was wollen Sie damit sagen? Das solltest du doch am besten wissen. Es gibt nichts Übleres als die Erinnerung. Diese fiesen kleinen Stromstöße. Unerwünschte Partygäste schreien durch deine Synapsen. Unvermeidbar, unerbittlich und gar nicht freundlich. Es gibt nicht mal die Flucht in den Wahnsinn. Und dann triffst du jemanden, der dein Leben ändert und merkst, dass du nicht einmal mehr weißt, wer du bist. Richtig. Hört der Quinn selbst. Beziehungsweise Harley Quinn. Was uns dann wieder zum letzten Film bringt, zu der Emanzipation der Harley Quinn. Und als du merkst, wie irre alles ist, schallt dein Gelächter von den Wänden deiner eigenen Einsamkeit ein wieder. Okay, da brauche ich mehr Details. Wie wäre es mit Wortassoziationen? Das klingt... Akzeptanz. Findest du das nicht ein bisschen öd? Hören Sie, ich will Ihnen doch nur helfen. Nochmal von vorn. Akzeptanz. Meine Lieblingsphase. Ja, aber sie lässt sich's ja auch gefallen, ne? Darf man ja nicht vergessen. Sie ist ihm ja verfallen. Was hat sich geändert? Hattest du je das Gefühl, dass dein ganzes Leben nur auf diesen einen Moment hinarbeitet? Und so fühlen sie sich? Ja, jetzt schon. Jetzt verstehe ich, dass die Kämpfe, die üblen Tage, die Brutalität nicht an des Schicksals waren. Also, betrachten Sie das Schicksal jetzt anders? Ja, allerdings. Jetzt verstehe ich, es gibt keine Zufälle. Es war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, wie ich heute Nacht getroffen habe. Haben jemanden Besonderes getroffen? Ja! Und man könnte sagen, es änderte alles? Alles? Absolut. Ich meine, verstehst du in was für einer Welt wir leben? Wie einsam es ist, allein durch all das Elend und den Dreck zu laufen? Es ist schon einsam, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Du verstehst es. Selbst in einem Pack anderer Wahnsinniger bist du so allein, dass du um dich treten und schreien kannst, so laut es geht. Und niemand juckt es. Alles geht es dich gar nicht. Und was für ein Gefühl erzeugt das? Die Frage. Ich fühle mich hilflos, schwebend, als hätte jemand den Stötzel aus meiner Realität gezogen und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich, doch. Können sie mir mehr darüber sagen, was sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Ja, es ist wie eine Liebesbeziehung. Und ich habe keinen Sinn. Bei Joker kann ich ohne Batman und Batman kann ich ohne Joker. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Name ich noch nicht mal kenne. Mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. So ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh. Ich habe nicht viele Freunde. Ja, Harleen. Jetzt hast du einen. Jetzt in denasterirdischen Wie squares Finde ich in den ersten Jahren? Ja, sag 1988. Ja, sag 1958... Münze, Und zwar Ulf. Geheimnis. Duarsch. Geheimnis. Aber wieso, wieso, wieso machst du das nur? Ich bin derjenige, der dich töten will. Sie müssen das nicht tun. Die schlimmste Arme. Warte. Warum tust du, was du tust? Was der Bruce? Es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Weihnachten! Geht er nicht. Eine Pause, der Junge. Junge, Junge. Selbst sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen, ihren Eltern. Anscheinend keine Verletzungen. Nicht jetzt, Alfred. Ja, das stimmt. Denke mal, das kommt ungefähr hin. Das ist der Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat sechs Kops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Was kommt da? Was kommt da? Was kommt da? Oh, es liegt bei meiner Werkbank. Natürlich würde ich empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Ja, das kommt hin. Ja, ohne I wäre Batman platt. Ja, ohne Alfred geht nichts, das ist richtig. Und Alfred ist Kameramann und Erzähler und Regisseur und hat die Geschichte verfasst. Das ist richtig. Kennt ihr denn von euch noch jemand die Hörspiele? Es gab ja früher in den 90ern, ich glaube, wir sind immer alle alt genug, die Batman-Hörspiele. Die basierten ja auf der Zeichentrickserie. Na, wer kennt die noch? Daumen hoch oder Hand hoch oder wie auch immer. Könntest du nicht, Kaito? Die sind voll gut. Also im Prinzip waren ja nur die Hörspiele zu der Animated Series. Aber wo waren die Hörspiele? Echt, die kennt ihr nicht? Nur die alten Animationsserien. Ja, die alte Animationsserien habe ich gekauft als Prime Video. Genau. Die alten Hörspiele nicht? Schade, ich habe jetzt gar keins hier rumliegen. Ich habe noch eins. Wenn ich das mal zeigen kann. Hm. Aber es gibt alte Hörspiele. Tatsächlich. Ähm. Ich weiß gar nicht, war ab 6 oder so. Stimmt, im Keller waren die. Weil sie noch da sind. Hahaha. Aber die waren wirklich noch da, ja. Ja. Ja, es gab zu der Animated Series damals, ähm, entsprechend im Schnitt, mit einem Erzähler, glaube ich sogar, dann, ähnlich wie sie das bei Alf ja auch gemacht haben, ähm, Hörspielkassetten. Warum noch vorstellbar, ne? Diese kleinen MCs. Oh Gott. Ihr kennt doch alle noch Kassetten, oder? Habt ihr das schon vergessen? Also werden sie es wohl nicht testen, oder? Nein. Moment. Moment. Ja. So. Weiter geht's. Wir haben jetzt eine Klebegranate, habe ich gehört. Was ist denn hier noch drin? Komischer Kram. Sieht eklig aus. So. Sailor Moon? Es gab auch Sailor Moon Hörspieler, ja? Wenn die CDs. Wenn ich noch. Aber die habe ich nie gehabt. Nur die Zufall. Ähm, ich glaube, ich bin durch Zufall mal eine gekommen, weil mir einer eine überlassen hat, weil er irgendwie ausmitten drin mal eine hatte. Wird hier garantiert auch noch irgendwo rum. Wüsste jetzt aber auch nicht wo. Aber die gab's doch später auch auf CD, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Also es gab ja einmal die, ähm, ich sag schon, die Songs hier von den Supermoonies. Die ganzen Eurodance-Geschichten. Und dann gab's ja noch, parallel dazu, als die Serie noch lief, teilweise zumindest die Hörspiele zu den Videokassetten. Mhm. Also die gab's ja nie komplett, oder? Videokassetten waren ja auch immer so semi-komplett. Ich muss Bane finden. Haben wir ein Signal vom Heilsender? Im Moment nicht, fürchte ich. Lass mich wissen, wenn sich was tut. Egal was. Ich werde Sie sofort benachrichtigen, Sir. Das gefällt mir nicht. Ja, ästhetisch. Moment. Ästhetisch. Nicht da sind die drin. Ach, ist ja witzig. Hier, die Regie denkt mit. Wollen wir mal ein bisschen, bisschen, äh, Wortbildung, bevor es hier weitergeht. Ja, ne, hat man ja früher so gemacht, ne? Da gab's ja noch Kassettenrekorder und so. Aber, ähm, gute Audio war grad mal unten bei uns im Keller. Und, haltet euch fest. Moment, ich halt mal ein paar mehr rein. Ich hab tatsächlich gehandelt sich welche da. Oh. Und, äh, weiß gar nicht, ob man die heute noch hören kann, sechs Lagerungen und so. Aber, das sind die Hörspiele gewesen. Und die basierten eigentlich auf der Zeichentechserie. Ne? Also. Und die Idee haben wir ja einige von. Aber das ist, glaub ich, auch Arjus Bruder zu verdanken. Der hat die auch mal gesammelt. Ich hatte damals, glaub ich, nur eine. Die hab ich auch noch irgendwo. Ähm, ne. Die hat die Schüler des Verbrennungs. Terror in Gotham City. Die hatte ich, glaub ich. Ja, genau. Die mit dem Zeppelin. Die hier. Das ist meine. Der Rest ist von Arjus Bruder. PKKG. Die drei Fragezeichen. Ja. Aber die hier Terror in Gotham City hatte ich auch. Das ist die tatsächlich von Arjus Bruder. Und ich hab die auch noch irgendwo rumschwunden. Aber. Ich seh grad, hier ist noch mehr drin. In irgendeine Kiste. Wollt ihr das sehen? Das sind deine. Okay. Ach, ist ja geil. Ähm. Zersplittert hier leider. Von der Reihenfolge her. Aber ganz cool. Hier sind noch andere Raritäten drin. Wollt ihr die auch noch sehen? Hab ich's ja schon verraten. Tada. Die echten Ghostbusters. Die echten Ghostbusters. Witzig auf jeden Fall. Ja, die haben wir noch. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt noch abspielbar sind. Ich mein, wir haben auch nichts mehr zum Abspielen. Ähm. Außer vielleicht. In, in, in Boardman oder so. Den ich noch irgendwo rumliegen hab. Hier. Wo ich nicht weiß, ob der funktioniert. Aber die gibt's zum Beispiel. Aber wie gesagt. Zum Thema passend. Diese hier. Witzig. Ja, danke dir. Äh. Hättest du ja nicht machen müssen jetzt. Arbeit. Das ist ganz lustig. Naja, ja. Die Frage ist immer, wie sich das mit der Lagerung nachher macht. Ich mein, die liegen unten im Keller. Ich mein, der Keller ist nicht feucht, aber die Luftfeuchtigkeit ist höher. Oh. Ähm. Nochmal so. Es gibt ja immer so dieses kühle Milch. Wie passt das zusammen? Die Kids von heute wissen das ja auch nicht mehr. Aber wer ist weiß? Boah, witzig, dass wir die noch haben. Ja. Der hier wurde nicht zurück gespudelt. Ja. Was nützt die Wilke dazu? Ah. Ja. Ja, wir kennen das noch. Aber die Kids kennen das nicht mehr. Die jetzt so unterwegs sind. Die kennen ja nicht mal Minidisc. die kennen alle nur ipod und iphone das größte welche auf arbeit auch jeden tag ja coole erinnerung mensch haben wir tatsächlich noch ja das mit dem bandsalat also wie gesagt wenn du es war ja mal das geile wenn du ein bandsalat hattest und es war rettbar weil es ist ja ein magnetband das war ja nicht ganz so tragisch dann konntest du ja trotzdem noch was retten und ist ja dann im prinzip den 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 fineliner nehmen oder den bleistift und hast dann einfach wieder eingesprüht wenn du es aus dem rekorder noch rausgekriegt hast ohne zu reißen dann ging es noch mit der zeit hat es dann ein paar tonfehler genau an den knick stellen hielt sich aber in grenzen also eigentlich war eine kassette ziemlich unkaputt war da der tonfigur man anzuleiern aber prinzipiell ist immer was spielen können ja genau das kenne die leiche in der leichenhalle ist die cpd hier das gcpd akku hier ist der abwuchtplatz was tust du ich kann sie nicht guten gewissens gehen lassen sie sind diesen killern unterlegen und sie sind kein harter ordnungshüter sie sind ein junger Mann mit einem froh und zu viel zorn sie sind dem nicht gewachsen und ich will mich dass sie deshalb sterben auf den drehen siehst du wenn du mich ansiehst den jungen dessen schuhe du jeden morgen gebunden hast den teenager vor seinem ersten date wenn du nachts hier bist denn ich da draußen das einzige zwischen den unschuldigen und den raubt das mag sein nein nicht mag sein es ist wenn der räuber oder dieb zweimal nachdenkt das ist Angst das ist was ich bin deswegen kamen die killer weil ich der grund bin dass sich die kriminellen auf die mordendämmerung freuen also nein alfred ich bin der gewachsen ich mag nicht mein ende sein aber ihres ganz bestimmt manchmal ist er ein bisschen grob in dem titel hier ich hoffe sie verstehen dass sie nicht einfach in gcpd marschieren können nach dem was passiert ist ich weiß dass das nicht geht ich muss einen anderen weg hinein finden ich verstehe schon gut ich verstehe Die merken aber, warum sie denn plötzlich alle so akzeptieren? Na, so nett zu denen! Der hat mich zu dir gelassen! Der hat mich zu dir gelassen! Ja, äh, nein! Also ja, Pyjama aber. Ja, die Kassetten waren cool. Wie gesagt, ich hatte glaube ich ein oder zwei hatte ich bloß. Ähm... Warum auch immer. Aber dein Bruder hat mir ja zumindest die anderen überlassen. Ja, Batman ist immer brutal. Ich fand die Stimme von Vicky Vale immer ganz cool in den Hörspielen. Wo muss ich jetzt hin? GCPD. Wo bin ich denn überhaupt? Ah! Oh! Oh! Du sagst also, Black Mask ist nicht tot? Nö? Und er hat Lob nicht getötet? Nö? Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang? Nö? Und irgendein neuer hat sein... Daika! Ja! Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte! Ja! Und er ist jetzt im Blackgate? Ja! Und wer kontrolliert dann jetzt die Gang von Black Mask? Willst du hier das mal? Nö! Ja! Ja, was für ein Quatsch! Den wollte ich! Hat das denn nicht funktioniert? Ey, er hat das gegen die Wand geschossen, oder? Nö! 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 Ich glaube, ist das jetzt nicht die neue Hörspiel-Kassette? Ist das jetzt nicht dieses... Unis, Tonys oder wie das heißt? Diese mega teuren Figürchen, wo dann... eine 20-Minuten-Geschichte drauf ist oder so? Von Benjamin Blümchen und Co? War das nicht das Neue? Ich hab was! Ich hab was! Ich hab das! Na, keine... ...kann ich zu dir! Na, keine... ...kann ich zu dir? Äh, altjot! läuft nicht gut ja gut wollte ich ein bisschen viel glaube ich sieht aus der nähe nicht so beeindruckend aus weiß gar nicht warum alle schiss vor ihm hatten wie nicht so wie jetzt ach du meinst jetzt hier wegen dem tonys das kannst du dich zu spulen hier ist ein tee oder ein kaffee sehr heiß aber danke da jetzt jetzt Schau! Es ist ein Mann. Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin kein Geber. Ich bin kein Geber. Nein, nein! Ich bin kein Geber. Schau auf, Ziel! so wieder so eine knappe kiste aber bin ich jetzt richtig oh sorry ja wollte ich jetzt hier nichts verheimlichen gottes willen ich sollte diese rohre mit meiner neuen klebergranate verstopft nein ich wollte wirklich nichts verheimlichen ah der ist jetzt wo muss ich hin oh Oh... Es ist nicht Bane, aber einer seiner Männer. Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe. Ich sollte seine Leiche scannen. Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht, die seine Physiologie verändert hat. Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen, um mehr herauszufinden. Ja, die sind lustig, die Passwörter. Da sollte der Obduktionsbericht gespeichert sein. Ja. Ja. 20 Minuten machen wir noch. 20 Minuten machen wir noch. Vielleicht kann mir der Obduktionsbericht mehr verraten. Ja, ich finden würde. Ja, Leute, 20 Minuten machen wir noch. Dann muss ich eine ganz wichtige Sendung gucken. Kann ich auch jedem empfehlen. So, was denn hier... Ich sollte nicht gehen, ohne mir den Obduktionsbericht anzusuchen. Ja, Idiot. Ja. Das Opfer nahm eine starke Mischung, ähnlich der Droge Venom, bevor es starb. Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke. Was auch immer genau diese Mischung ist, sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten. Einschließlich schwerer Gedächtnisschäden. Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen. Wer ins Peilsender... Bis jetzt? Bin ich jetzt dabei? Bin jetzt ein geiler Typ? Hab ich jetzt das Spiel gelöst? Zugangs... Hä? Nee, Moment, nee, hier komm ich nicht hin. Ähm... Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Ja, aber... Ah, jetzt. Nein! Es ist doch noch Game 2. So, soll ich... Wenn es pünktlich anfängt. Ich weiß ja nicht, ob es nicht schon wieder verschoben würde. Müsste ich mal gucken. Äh... Ich guck doch immer Game 2. Game 2. Gucken wir mal. Guck mal kurz rein, was er sagt. Das ist eine Sendung, die finanziere ich gerne über meine Rundfunkgebühren. Äh... Wie jetzt? Also... Das Witzige ist, die... Die Liste... Also im Moment läuft ja immer noch Civilization G8-Gipfel. Und das läuft noch sieben Stunden. Moment, nee, Game 2 soll schon vorbei sein. Das war halt für 2045 angesetzt. Ja, was ist denn das für eine komische Programmänderung? Warum teilen die mir sowas nicht mit? Das gibt's doch nicht. Kann ich mich da bei Matti beschweren? Das sollte doch ursprünglich gar nicht... Soll es jetzt nicht 23 Uhr kommen? Bin ich jetzt bescheuert? Geht das aber nicht. Oh, Entschuldigung. So, kann ich jetzt eigentlich wieder raus? Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Ich finde das Signal von Bane. Signal von Banes Peilsender. Ja, aber wo finde ich das denn? Muss ich wahrscheinlich raus, oder? Kann ich hier mal? Okay, kann ich bloß das Ding holen. Oh Gott, geht her. Hm, jetzt. Ja, finde Bane, finde ich gut. Wo ist denn der Bane? Kann hier gleiten bei der niedrigen Decke. Bam. Ich glaub, musst du wieder rein, wa? Ja. Äh, äh, ja, ist richtig. Nehm ich Waffen. Sollte ich mir ansehen. Okay. Okay. Ach, lass mich erraten, ich muss das jetzt hier mit dem Kryptografischen... Ah ja, na gut, gut zu wissen. Mann! Hätte ich mich eigentlich mit so Mist hier auf? Ich muss doch wichtige Dinge tun. Oh, ne, das waren nicht die wichtigen Dinge. Mann! Hier waren die wichtigen Dinge. Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen, bevor ich das Signal verliere. Endlich wieder Schnee hier. Komm, der ist super, der Schnee hier. Für den Mega. Den habe ich in Arkham City ein bisschen vermisst, da war es ja nur angedeutet. Ich muss doch mal ab ihm zu. Oder gehen jetzt? Ich muss doch mal die Kranke zum Stab. Ja, ich glaube die Arbeiten für einen Dick. Ich bin der, der den Joker ausschalten wollte. Wir sehen die aus. Ja, und wir haben den Knast jetzt mit. Ich darf übernehmen, glaube ich nicht. Wir haben meistens nach der Fledermaus, ob ihn gesehen haben, wo er steckt. Und es schon so ein Kran hält. Hilfen Bane sich das Kaufgeld zu krallen. Ich glaube nicht, dass Bane einen Dreck auf die Kohle geht. Was immer er gegen die Fledermaus hat, es ist was Persönliches. Äh. Warte mich gerade, bin ich denn jetzt hier richtig? Ich habe drei Bomben mit. Ja, ja. Hier sind Scharfschützen. Also ich bin wahrscheinlich schon irgendwie richtig. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicken Sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Schicken Sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Hm. Ein bisschen überfragt. Das ist das Verbrechen. Das ist das Verbrechen. Das ist das Verbrechen. Und sag mal. Na komm, na komm. Ich habe immer noch kein Geschenk für heute, sie sollte später ein Jubiläer ausfahren. Okay, Stufenanstieg, aber wo ist, wo muss ich, also. Bin, glaube ich, schon richtig. Irgendwie. Ich finde das Signal von Palsender Bane, ja. Da hinten muss ich hin. Ah, wie feinlich. Ich finde das gar nicht komisch. Das sind einfach meine überlegenen Batman-Skills. Ach, nee, mit dem will ich jetzt nicht reden. Ja, ja, ich fühle mich total von ihr angezogen. Okay. Game 2 verpasst. Das ist immer noch nicht passiert. Also zumindest nicht, wenn man weiß, wann es lief. Darf man ja keinem erzählen, ne? Bane, Signal. Das ist ne Bane. Sieben sind es. Also ich finde es gar nicht wenig. Gebe ich ehrlich zu. Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! So. Es ist aber hier nicht Little Nightmares. Mit Little Nightmares geht es erst nächstes Jahr weiter. Wenn dieses neue Little Nightmares kommt. Ich mag die Watterei nicht. Aber das hat der Schäfer von uns verlangt. Und wenn wir eine Falle stellen machen. Und die Feder muss herzfloggen. Wie? Ich setze Feuer legen. Dann kommen wir die Feuerwehr. Ein paar Scheiben einschlagen. Das wird nicht reichen. Eine Geißel sich. Es verstärken sich doch alle. Gut. Was ist denn da? Was ist denn da? Der nimmt seine Mediziner zu häufig. Er war Ruhig. Er hieß Kahn. Der Lassen. Der Lassen. Er setzt ihn zu. Wir sollten nicht darüber reden. Ich muss mir sorgen. Zu viele verursachen Schaden. Er tut was nötig ist um seine Dämon zu vertreiben. Aber zu welchem Preis? Passt er nicht auf. Belegt er sich selbst. Ja wer weiß. Aber es ist mal ein Horrorspiel wieder. Also das heißt. Ja es ist schon. Gilt ja als Horrorspiel. Die Töte ist schwach. Wir werden siegen. Welchen Teufel muss ich denn hin? Ich bin schon recht. Ich muss da unten rein. Eins. Drei. Okay. Da ist ja gut. Gibt es denn noch so feines? Ja. 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 Bisschen übers Ziel hinaus geschossen. wo kommt der 50 hier an der 2 aber das spiel kommt erst im februar das signal das ich gesehen habe kam irgendwo aus richtung dieses tunnels dann gucken wir uns das doch mal genauer an ein bisschen zeit haben wir ja noch ja naja gut der jahreswechsel steht bevor zum glück nur offen dass es besser wird ist so die die leise offnung ja naja noch stimmen ja eigentlich noch schlimmer richtig zugestehen das ja war nicht sehr gut nehmen so rein vom okom mal besuch machen und so aber gut was immer machen immer durch ja 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 Die Federmann ist gestohnt! Wir brauchen mehr Männer! Beweise deinen Können! Wir müssen uns immer wieder anrufen! Boom! So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Hm, 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 hm. Sei denn, vielleicht kann ich mit meiner Klebergranate ein Floß bauen. Hm, 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 hm. Ja, Batman ist MacGyver. Besser als MacGyver, weil der hat nämlich den Multifunktionsgürtel. Oh, ja. Oh, ja. Ja, kämpfe weiter. Ah, zömer. Ah, zömer. war der flow raus und ich hatte so große pläne mit dir ja an die heifer spray ist genau das stichwort aber hier brauche ich irgendwie weiß ich nicht an die bett irgendwas jetzt schon wieder hier so weit setzte mich zurück ist ja krass hätte ich jetzt nicht gedacht und ja ich ja 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 Das war's für heute. Jetzt darf ich noch mal den MacGyver machen. Ich sollte mit meiner Klebergranate ein Floß bauen. So, jetzt aber. So, jetzt aber. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Also, manchmal ist es ein bisschen schwierig bei so vielen Leuten entsprechend auszuweichen. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Der Schockhandschuh ist immer die Rettung. So ein bisschen zumindest. Auf den Tee. So, jetzt geht's. Eingang zu Banes Hauptquartier. Ich kann mich überhaupt nicht mehr so wirklich dran erinnern. Einige Parts sind ein bisschen verschwommen. Mein Peilsender ist hier irgendwo. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Ein Teil dieser Forschung ist der Überwindung seiner eigenen Sucht und Abhängigkeit von Venom gewidmet. Ohne es kann er nicht überleben. Dann wäre es ja auch nicht Bane. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Okay. Bad Höhle. Ne, wahrscheinlich nicht von hier, wa? Ne, geht nur um. Brucie ist wütend. Ja, Brucie ist ein bisschen sauer gerade. Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, komme ich denn von hier? Kann ich denn nicht? Muss doch. Wo ist denn hier? Wo kann ich denn? Mist. Wiederhole. Verdächtiger hat ein Jetpack und einen Flammenwerfer. Mehrere Geiseln an der Pioneer Bridge. Firefly. Er weiß wohl nicht, dass der Joker geschnappt wurde und bringt diese Leute in Gefahr. Wegen mir. Delta 651 Zentrale. Mehr ist der Leichen auf die Tür bei der Pioneer. Captain James Barden ist Leichen auf die Tür. Genau. B-B-B-B-B-Din. Näch.... Hallo? So. In der Brücke könnten viele Leben auf dem Spiel stehen. Wenn ich Fireflies Funk hacken kann, kann ich mehr rausfinden. Oh, wir hacken. Fireflies Funk. Und wenn die Cops irgendwas versuchen, töte ein paar Geiseln. Kein Ding. Und, äh, wann machen wir die Boppen scharf? Erst, wenn die Fledermaus auftaucht. Wir machen die ganze Nachtwende ein Wurst. Es geht ja um 50 Millionen. Alfred, Firefly hält Geiseln an der Pioneer Bridge fest. Ich muss mich um ihn kümmern, bevor ich zurückkomme. Die Polizei kann doch sicher mit Mr. Linz umgehen, besonders nach dem, was wir gerade erfahren haben. Ich kann diese Geiseln nicht im Stich lassen. Sie sind nur wegen mir in Gefahren. Genau. Kopfgeld des Jokers. In der Berthöhle bist du sicher. So, manchmal, ne? Manchmal will er nicht so. Okay. Überraschung. Aber wir müssen zu beilen hier, Bridge. Ich habe ihn! Zu mir! Ich habe ihn! Das hier ist eine Geiselnahme, Leute. Geht in Position und wartet auf meine Befehle. Provoziert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geiseln auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann. Hergehört! Batman ist hier! Wenn nur einer dieser scheiß Bullen den Fuß auf diese Brücke setzt, macht sie schade! Wir jagen sie alle hoch! Gordon würde nie eine Stürmung befehlen, wenn er von Fireflies Bomben wüsste. Ich muss ihn aufhalten, bevor er in eine Falle läuft. Zentrale, ich bin Marine 4. Wo ist der taktische Kommandoposten? Wir sollen Gordon Bericht erstatten. PKP ist der mittlere Teile am Fundament der Brücke. 10-4. Keine Ahnung, wie viele Geiseln er hat. Viele, habe ich gehört. Hoffentlich schickt noch das Wort da rein, und dann können wir heilen. Ne, Mann, das wird nicht. Brighton schießt auf alles, was sich bewegt, und dann sitzen wir hier die ganze Nacht und packen Lasten der Gefolge. Wir können hier nicht spielen. Fang da nicht damit an! Tote Zivilisten sind so eine Scheißarbeit! Ist ja nett. Wer gibt mir los? Jetzt hänge ich fest! Ich hänge fest! Nee, doch nicht! Boah, das ist viel zu eng hier, ey! Zielgesicht in Kost-Unterstützung! Ich schnapp' mir an seinen Arsch! Ich schnapp mir an seinen Arsch! Das ist denn jetzt noch übrig? Ja, ist noch übrig. Gibt auch sie, der Fliege. Ich glaube, in Arkham Knight kommt der nochmal vor. Natürlich noch ein bisschen cooler inszeniert, logischerweise. Legen Sie los! Nein, rufen Sie sie zurück. Wenn Firefly die Bomben zündet, werden unzählige sterben. Diese Leute sind wegen dir in Gefahr. Es geht um dein Kopfgeld. Gib einfach auf! Ich werde Firefly selbst schnappen. Schicken Sie niemanden los, bis Sie wissen, dass es sicher ist. Du hältst dich da raus! Hörst du mich? Püstenbacher! Alle Einheiten Position halten! Niemand bewegt sich ohne mein Befehl! Nein, Gordon ist nicht der heimliche Joker! Gordon ist Gordon! Hörst du mich? Püstenbacher! Ich bin Infinite Travel. W諒ge ist es, wie es kommt! Baut es nicht! Hörst du mich? Das ist nicht nur ein Gefühl. Es wird nicht nur ein Gefühl! Es wird nicht nur ein Gefühl, aber es wird nur ein Gefühl, also eine Lösung! Wir hören uns das, Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Was machst du mit deinem Anteil? Ich? Ja gut. Hört euch den an ein Wort? Ja. Was müsst ihr denn mit Worten? Ihr könnt die Tagsräume reichlich bleiben lassen. Mein Kumpel in Black Masks Gang sagt, das Kopfgeld gibt's nicht mehr. Was? Das heißt, der Typ mit der Kohle sitzt im Knast. Black Mask? Mäh, irgendein anderer Typ. Mann, du spinnst ja. Alle wissen, dass das Kopfgeld von Black Mask kommt. Klingt, als müsste dein Kumpel nicht mal wie das Kopfgeld überhaupt ausgeletzt werden. Glaub doch, was ihr wolltet. Ich hab meine Gefährdung. Ich hab meine Gefährdung. Alarm, alarm. Das gesamte Personal muss sofort kapriert werden. Hä, wo ist er denn hin? Okay, Moment, ich muss mich ja hier einblenden, nicht ganz vergessen. Ah, guck mal, da kommt einer. Oder kommt er nicht? Ja, da ist ja hier Störsendaten angesagt. Was? Ja, ich hänge fest in der Textur, das gibt es doch nicht. Oh. Oh. Oh, das ist nicht durcheinander gekommen. Ja, Herr, wir brennen. Und wenn es dich nicht mehr gibt, kann mich niemand mehr stoppen. Okay. Wicke dich. Hm, man kann aber auch Pech haben, ne? Anfang war vielversprechend. Das ist mehreren Personen gelenkt. Was stellt ihr da für komische, krude Theorien auf? Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Fangen Sie ja, wo ist der Typ mit dem Störsender? Ach, du Medaillmanns. Ich, ich kaufe mir ein Boot. Fertig den an ein Wort? Ja. Du bist schon mit dem Wort. Wir können die Tagwolle eigentlich gleich wissen. Ein Kumpel im Black-Lessers-Game sagt, das Kopfgeld jetzt nicht weg. Das ist der Typ mit der Bühne. 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 Ich wünsche dir dieses Scheiß-Denkwürde auf, oder? Was ist denn der andere? Ich wünsche, dass ich wieder erschossen werde. Na komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch jetzt. Okay. Ich bin immer noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Briefe? Nein, das ist alles moderner mittlerweile. Eine Briefe. Super, jetzt hänge ich hier so ein bisschen fest. Sehen die mich hier? Huh? Esから! Achtung! Ja, die sind ... verwanzt. Ah, da. Na, kommt schon. Das wollen wir wenigstens noch erledigen hier. Ja. Ach, ne. Okay. Ja. 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 Ach, der Rauch hier. Ja. Ha, hab ich den. Du hast deine Position verraten. Okay, okay, ich gebe auf. Ja, gib mal auf. Wir wollen dich verhören. Guck schon. Ja. Wie viele Bomben sind auf der Brücke? Vier. Vier. Eine hier. Eine direkt über uns. Auf der unteren Ebene der Brücke. Und je eine an jedem Ende der Brücke. Das sind die Großen. Das sind alle. Ich verspreche's. Und ich verspreche dir einen festen Schlaf. Vier Bomben auf der Brücke. Die größten an jedem Ende. Ich muss diese Bombe entschärfen, wenn ich um den Rest kümmere. Ja. 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 Eine Bombe weniger. Jetzt noch die anderen drei. Juro Bane? Nee, das... Ja, nee, ist ja nicht Bane. Aber Bane will auch, ja. Die Person hat eine Gasleitung mit seinem Klammwerfer getroffen. Feuer am Nordende. Verdammt! Ja, 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 ja. Es geht rád! Oh! Los geht's! Los geht's! Hier tötet doch niemand jemanden. Wir machen nur ein bisschen Hacki-Hacki. Nur ein bisschen Hacki-Hacki. Wisst ihr, ich helfe beim Schlafen gehen. Endlich mal einer, der es begriffen hat. Das Ding. Oh Gott. Was ist los? Willst du nicht hochgejagt werden? Hier sind Tiere. Ich bin nicht derjenige im Hacki-Hacki. Ich bin wieder Klobärter. Lass uns raus! Wo kommt der her? Ja. Ja, komm schon. Wir danken uns für Ihr Verstärkung. Wir danken uns für zwei, 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 drei. Wir haben uns noch mit Trendset wünscht Ihnen ein frohes Fest. Ja, bei Kiste. War ich der Scherp? Hey! Bravo 2, Ihr Leiststelle. Gericht. Die Ursache der Explosion war ein Tankwagen auf der Brücke. Schwere Schäden, aber keine Verletzten. Okay, halten Sie mich auf dem Laufsitz. Was? Hat er uns helfen? Keine Ahnung. Aber diese Typen hat er ganz schön vermöbelt. Ich hab von ihm gehört. Er ist ein gesuchter Krimineller. Bleiben Sie ruhig. Vielleicht geht er wieder. Seid mir kein Narr. Warum hätte er das alles getan, wenn er uns nicht helfen wollte? Wenn Sie so sicher sind, warum flüstern Sie dann? Weißen doch einfach den Mord. Und weißt, was er tut. Oh, ich glaube unter dem Ballon war das. Moment. Soll es sich den Moment gut closen. Genau? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin kriminell, also kriminell gut. Für alle Züge Richtung Süden werden Verspätungen erwartet. Ein Langsensfahrt mit Gotham Transit. Sie müssen uns auslassen. Hier sind wir unten. Ja, nee. Was denkst du, was ich besuche, Mädel? Ja, 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 ja. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Entschuldigung. Nein. Verdammt. Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Codes, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Codes haben. Vielleicht kann Captain Gordon... Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Bombe. Besorg mir diese Codes, bis ich fertig bin. Verstanden. Ich tue mein Bestes. Wartungspersonal, bitte zu Sektor 5. 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 Sind wir uns sicher? Ich brauchte jetzt gar nichts mehr machen, oder? Warten wir noch was machen? Äh... Ist alles in Ordnung da drin? Ja, dank Ihnen. Sie können durch den mittleren Pfeiler entkommen. Sobald der Raum sicher ist, der ist zu... Nicht Koks! Sie! die polizei wartet euch lustig über batman finde ich nicht gut bringen sie einfach sich und die anderen in sicherheit wenn ich weg bin ja gute frage ich glaube ein bisschen in mich gehen ich würde sagen bombe nummer zwei haben wir ja bombe nummer drei ja so eine frage ich mir fürs nächste mal aufgeben wir gucken zumindest noch mal bevor ich das machen hier gespeichert hat er zumindest schon mal okay die kann man nichts haben jetzt nachquatsch aber wir gucken zumindest noch mal was uns dahinter erwartet wie gesagt ich bin schon ein jahr raus jetzt um das wird nicht einfach werden wenn dieser schon steht dann verpasst ja was ist ja dann du das würde ich sagen machen wir hier weil wenn dieser schon schläft dann kann man natürlich nicht weitermachen zumal ich heute auch schon seit heute morgen unterwegs bin er schreibt er schreibt mit handy bestimmt ist ziemlich leise ich würde sagen wir machen für heute hier erstmal schluss weil wir haben jetzt schon wieder gute fünf stunden auf dem tacho fünf stunden batman ich glaube es rekord das letzte waren obwohl jedoch das erste waren fünfeinhalb fünfeinhalb glaube ich ja es sind schon fünf stunden rum erstaunlicherweise also martha hatte die ersten anderthalb stunden gar nicht glaube ich gar nicht so möglich mitgekriegt bisher später zugestoßen oder hat es schon geguckt ich würde sagen wir machen erst mal schluss und machen beim nächsten mal weiter ich würde einen termin noch mal einstellen also ich würde sagen wir spielen ist tatsächlich durch oder mein little nightmares haben wir auch durchgespielt ja ich werde es auf youtube auf jeden fall mit veröffentlichungen ja dann spielen wir das durch wenn ihr noch vorschläge habt wegen spielen also ein paar horrore titel wurden ja schon genannt die werden wir auf jeden fall mitmachen zumindest mal für ein zwei stunden rein schaue ich hin ähm moment ich mache ich mache gerne so und ich würde sagen wir sehen uns hier wieder und empfehlt ruhig weiter für follows und eventuell später abonnenten für snaps für donations für damit das alles irgendwann mal funktioniert ist ja nicht schlimm wir gucken mal was ob vielleicht kriege geben wir ja seichten horror irgendwas leichtes ja ja wie gesagt wir sind ja sehr flexibel ich habe auch ziemlich viel da so ist es ja nicht da lässt sich bestimmt was finden ich würde sagen wir machen mit batman beim demnächst mal weiter ähm wir sollten auf jeden fall den community stream anstreben wegen meiner mit among us mit was habe ich noch worms rumble mit was weiß ich was alles nein so peinlich muss es dann nicht werden ja ja aber horror wurde ja auch gewünscht da gibt es leute bei uns in der community die würden gerne auch mal ein horrorspiel sehen romantik aber ich will aber muss ich eine dating keine dating sim oder keine dating sim würde ich sagen das ist nicht gut dating sim ist doof city das hat nichts mit romantik zu tun das ist fucking gta nichts mit romantik nein so nicht ja also wir finden schon was denke ich ähm von daher denke ich ach so und eventuell das kann ich ja schon mal annoncen ich hatte mich mit martha schon mal kurz geschlossen so ein bisschen werden wir uns demnächst noch ein bisschen vertiefen dass wir eventuell einfach mal nur so einen seichten laber community stream machen wo die gute martha dabei sein wird und wir sie eventuell zeichnen lassen ist auch nur so eine idee gewesen also wenn ihr da bock drauf habt ne teilt das mal mit laber stream mit zeichnen oder was kleines zocken und zeichnen und dabei labern keine ahnung irgendwas fällt uns da schon ein ja das glaube ich also ich wäre auch sofort dabei ne wir müssen uns ja nur entscheiden wer den host macht mach ich den host oder macht er den host ich denke mal ich mach den host ja du hast vorgeschlagen hast du gut gemacht ich mach den host oh da muss ich aber ein neues overlay machen nochmal damit das irgendwie damit ich damit du da irgendwo noch mit ranpasst ja wir telefonieren auf jeden fall nochmal also ich würde sagen blau gut bleibt treu seid dabei wenn es weiter geht Batman geht auf jeden fall weiter